Ja, dann Lorenz Gästerbeutin, herzlich willkommen. Schön, dass es heute geklappt hat zum vierten XR-Freitagstalk. Und heute haben wir dich zu Gast, Bundestagsabgeordneter der Linken und klimapolitischer Sprecher. Und ich glaube, warum wir dich eingeladen haben oder warum du für uns interessant bist, ist eigentlich mit der Vorstellung schon klar. Und ich würde dich einfach mal fragen, wer bist du und wie bist du in die Politik gekommen? Also wie in die Linke und warum klimapolitischer Sprecher? Ja, das sind erstmal ganz viele Fragen, aber genau, leg los, wenn du möchtest. Ja, moin und schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lorenz Gästerbeutin. Wie gesagt, ich bin klima- und energiepolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Und seit dem Wochenende bin ich auch Mitglied unseres neu gewählten Parteivorstandes, was auch eine ganz spannende Angelegenheit ist. Vielleicht kommen wir da noch drauf, weil unsere Partei sich auch verändert. Sehr positiv, wie ich finde. Und in die Politik bin ich eigentlich schon relativ früh gerutscht. Also zum einen ist mir es quasi in die Wiege gelegt. Ich habe ganz frühe Kindheitserinnerungen, wo ich, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man unterm Tisch hockt und noch nicht ins Bett gehen will, so als Kleinkind und dann die ein oder andere Geschichte mithört, weil beispielsweise mein Patenonkel Lorenz Knorr, nachdem mein erster Vorname kommt, Lorenz, der war unter anderem im antifaschistischen Widerstand aktiv, war auch kurzzeitig von der Gestapo verfolgt und hat dann in einem Strafeinsatz in Afrika dann auch ein Auge verloren. Und das war so eine ganz eindrückliche Szene für mich als Kind damals, wie er das Auge halt rausgenommen hat. Und da kommt für mich her, dass Antifaschismus immer ein Grundansatz meiner Politik ist, genauso wie Friedenspolitik. Also das ist sozusagen für mich so dieses Grundrauschen. Und ich glaube, mit zwölf Jahren war es, da bin ich gekommen zu einer Jugendgruppe des BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die Milane hieß die, und da hat man so die typischen Sachen gemacht, die man in so einer Jugendgruppe und Umweltgruppe gleichzeitig macht. Also Zeltlager, Froschzäune gebaut, zum Baden gefahren, irgendwelche Bäche sich angeguckt und gereinigt und solche Sachen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich dann zusammengeschlossen habe mit Freundinnen damals am Gymnasium im Kreis Stormann. Und wir haben die Grün-Alternative-Jugend damals gegründet, weil das das Naheliegende sozusagen für uns war, um Umweltpolitik, Jugendpolitik, Antimilitarismus, Antifaschismus so zusammenzubringen. Also damals hieß es noch Grün-Alternative-Jugend, jetzt heißt es ja nur noch Grüne-Jugend. Und das waren sozusagen für mich die Anfänge. Ich habe mich dann relativ im Zuge von Rot-Grün, also da haben wir erst mal Party gemacht, als Gerd Schröder und Joschka Fischer gewählt worden sind, aber danach schnell dann der Kater gekommen, weil eben Rot-Grün im Gegensatz zu den Hoffnungen, dass es ein sozialer und ökologischer Aufbruch ist, doch gerade was Sozial- und Friedenspolitik angeht, viele unserer Hoffnungen enttäuscht hat. Und im Zuge dessen sind halt viele von den Grünen haben sich in Schleswig-Holstein gerade verabschiedet und haben anderweitig Politik gemacht. Und ich bin dann zum Studieren gegangen, habe viel Studiepolitik gemacht, gegen Studiengebühren, gegen die Einführung von Bachelor, Master, Entdemokratisierung der Hochschulen. Und damals dann auch in Hamburg war das gegen den Rechtssenat, weil da quasi so eine Vorläuferpartei, das war die Schill-Partei mit Ronald Schill damals, mit der CDU koaliert hat. Das war sozusagen der Rechtssenat. Und da war auch ganz stark das Engagement gegen den Rechtssenat damals. Das ist von vielen unterstützt worden, von BLAB, Heidi Kabel und vielen anderen in Hamburg. Und ja, nach dem Studium habe ich dann noch eine Orientierung gesucht. Das war kurzfristig die PDS, da bin ich aber dann auch nicht ganz glücklich gewesen. Und dann gab es diesen Neuaufbruch, die eine neue linke Partei gerade in Westdeutschland zu gründen. Das war die wahre alternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Und die hat sich dann relativ schnell mit der PDS zusammengefunden und hat gesagt, man macht eine gesamtdeutsche linke Partei. Und ich würde schon sagen, das ist ein wahnsinniges Erfolgsprojekt, noch immer, weil wir das erste Mal wirklich seit 1945 beständig eine Partei links der SPD etabliert hat, die auch für sozialistische Ideen eintritt, für soziale Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit und für Frieden und eine wichtige Stimme mittlerweile in der Bevölkerung ist. Und klima- und energiepolitischer Sprecher, um es zum Abschluss zu bringen, bin ich geworden, weil ich überzeugt davon bin, dass die Linke da dieses Feld besetzen muss, dass in der Link nicht nur ein Nischenthema sein darf, was es jetzt mittlerweile auch nicht mehr ist, sondern Mittelpunkt auch unserer Politik, also zu sozialer Gerechtigkeit, zu Antifaschismus, zu Friedenspolitik, gehört zwingend die Politik der Klimagerechtigkeit. Und für mich heißt das auch, die Tätigkeit im Parlament zu verbinden mit dem Engagement im Kontakt mit sozialen Bewegungen, mit der Klimabewegung. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und deswegen hocken wir hier jetzt zusammen. Ziemlich lang, aber so kam es. Ja, ich fand es gar nicht lang. Ich fand es sehr interessant. Hätte auch noch ein Stück gehen können. Ja, genau. Und ich würde mal daran anknüpfen und die Frage stellen, wo geht es 2021 für die Linke hin? Oder was meinst du, wo geht es hin? Und natürlich, was interessiert uns? Und wir hatten ja auch schon im Vorfeld ein paar Fragen gesammelt. Ist auch eine ganz interessante Frage. Also wie können Klassenkampf, Antirassismus und eben Umwelt- und Klimaschutz verbunden werden? Und ich persönlich nehme ja auch in großem Maß eine Veränderung. Gerade im Jahr 2020 war eine Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland. Also jetzt natürlich gab es vorher schon immer so Vorkämpfer wie Ende Gelände und so weiter, die die Kämpfe schon immer verbunden haben. Aber jetzt auch Extinction Rebellion oder auch Fridays for Future kann man schon sagen, dass nicht von Anfang an die Rhetorik oder die Kämpfe verbunden waren. Und ich habe schon das Gefühl, dass nicht nur auch in Deutschland, auch andere europäische Bewegungen in den europäischen Ländern, in den Industrieländern, das schon zunehmend verstehen. Genau. Und von daher gehört der Kampf irgendwo auch ein Stück weit zusammen. Das war jetzt, genau. Und von daher, das ist, glaube ich, so unser Anliegen. Und ich denke, ein Stück weit geht es auch immer doch auch darum, gemeinsame Kämpfe zu führen. Auch wenn wir der außerparlamentarische Arm der Klimabewegung sind. Wenn wir die Zivilgesellschaft sind und sich das irgendwo für manche vielleicht augenscheinlich widerspricht, tut es meines Erachtens nach aber auch nicht immer. Und genau hier verbinden sich die Kämpfe. Ja, und von daher nochmal die Frage, wo denkst du, geht es für die Linke in 2021 hin, besonders mit dem Augenmerk auf Umwelt- und Klimaschutz? Und was denkst du, wie lassen sich eben diese Kämpfe verbinden, dass sie auch klimagerechte Kämpfe werden und nicht einfach nur weiße Klimakämpfe? Ja, das ist, glaube ich, die ganz zentrale Frage. Also wenn man es einfach historisch sieht, bin ja auch noch Historiker nebenbei sozusagen, dann ist das immer schon verknüpft gewesen. Weil die Ausbeutung unserer Ressourcen ist die Grundlage, weshalb wir den Klimawandel haben. Und die Ausbeutung des globalen Südens, der Kolonialismus, Sklaverei. Und das bildet sich heutzutage immer noch ab, weil die größten Verschmutzer sind eben im Norden, sind eben in den Industriestaaten. Und die am meisten darunter leiden sind eben die Menschen im globalen Süden. Abgesehen davon, dass auch in unseren Gesellschaften natürlich auch die Frage der CO2-Emissionen immer ungleich verteilt ist. Deswegen sind diese Kämpfe für mich immer untrennbar. Die Kämpfe für globale Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit und letztens auch ein Antirassismus, weil eben die Ausbeutung der Ressourcen immer mit Rassismus verbunden war und Rassismus eine Ideologie war, um das auch zu begründen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass genau das passiert, was du geschildert hast. Also mit der Klimabewegung war 2018 eine Explosion, war ein irrer Aufbruch. Der ist 2019 noch mal richtig fett weitergegangen mit Fridays for Future, mit XR und natürlich mit den Aktionen von Ende Gelände, Hambi bleibt, dann haben wir Danni bleibt. Das heißt, da ist eine Menge in Bewegung gekommen. Wir haben eine Situation, wo eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, Klimaschutz müsste noch viel mehr passieren. Die Regierung macht da zu wenig. Und in der Linken ist es mittlerweile so, dass unsere Anhängerin sagen, Klimagerechtigkeit ist neben sozialer Gerechtigkeit das Thema der Linken. Und die erwarten Antworten von uns darauf. Und im Zuge dessen hat sich auch die Linke gewandelt. Das heißt, die Mehrheit hat begriffen, dass eben Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt auch unserer Politik stehen muss und hat begriffen, dass es zusammenhängt mit unseren Kämpfen für Gleichberechtigung, für Antirassismus und eben gerade für soziale Gerechtigkeit. Da bin ich sehr glücklich darüber, über diese Entwicklung. Und das hat sich eben auch auf unserem Parteitag, den wir am Wochenende haben, abgezeichnet. Also wie gesagt, ich bin reingewählt worden mit der klaren Ansage, das Profil der Klimagerechtigkeit nochmal auch zu schärfen, nochmal deutlicher dann auch zu machen. Aber auch Aktivisten von Ende Gelände, von Unteilbar und andere sind reingewählt worden. Und auch unsere neue Vorsitzende Janine Wissler beispielsweise und auch Susanne Hennig-Weltz, beide haben deutlich gemacht, dass Klimagerechtigkeit eben Kern unserer Politik ist. Und Janine Wissler hat sich nochmal ganz, ganz deutlich auch mit der Klimabewegung solidarisiert und mit den Aktionen auch des zivilen Ungehorsam, was ich ein wichtiges Zeichen fand. Und Klimagerechtigkeit war eines der dominierenden Themen auf diesem Parteitag. Und deswegen sehe ich mit Freude, wie sich unsere Partei verändert. Und du hast es ja eben gesagt, also in einigen Punkten geht man eben Seite an Seite. Und deswegen, für mich sind immer Parteien und Bewegungen sind zwar unterschiedliche Sachen, die sollte man tunlichst auch getrennt lassen. Aber das heißt nicht, dass unsere Mitglieder nicht genauso in sozialen Bewegungen aktiv sind, dann eben, weil ihnen das ein Anliegen ist. Und für uns ist es die Verpflichtung, eben auch Anliegen aus der Klimabewegung gerade in den Bundestag hineinzutragen und das auch rückzukoppeln. Und deswegen freut mich diese Entwicklung hin, wirklich zur Klimagerechtigkeitsbewegung, auch bei XR, bei Fridays for Future. Und das ist jetzt, ich glaube zum Wochenauftakt war das. Am Montag hat es einen IG Metall Warnstreik gegeben. Und dort haben Beschäftigte von Siemens und Daimler gemeinsam gestreikt mit Fridays for Future. Und IG Metall und Fridays for Future haben gemeinsam einen Aufruf gemacht. Und ich finde, genau in die Richtung muss das gehen. Denn wir werden den Kampf hier in Deutschland nur gewinnen, wenn wir die Beschäftigten auf unserer Seite haben und wenn die Gewerkschaften auch sehen, wir wollen eine sozial gerechte Transformation unserer Gesellschaft. Wir wollen tun, was notwendig ist und das durchsetzen. Aber wir wollen das eben so sozial gerecht machen, dass wir wirklich die Mehrheit unserer Bevölkerung dann auch mitnehmen können. Ja, ich danke dir für die Eindrücke und Einblicke. Also klar, du hast es ja auch selber schon gesagt, die große Frage ist, oder es war eigentlich schon immer, war schon immer eine soziale Frage. Und ich glaube, die große globale Frage ist auch wieder eine soziale Frage. Ja, also ob das, ob wir uns auf die Klimaerhitzung konzentrieren oder schauen oder ob wir auf die ökologische Zerstörung schauen. Alles hat Einfluss auf unser Leben auf dem Planeten, auf viele Menschen im globalen Süden natürlich jetzt schon. Also da sind es jetzt katastrophale Zustände, während wir hier immer noch von Krisenhaftigkeit sprechen. Aber ich glaube, genau da ist der Schlüssel, um auch die Menschen abzuholen, die Kämpfe zu verbinden und auch solche Kluften, die oft von manchen PolitikerInnen oder Parteien auch bewusst geschafft werden. Mal als Beispiel die angebliche Kluft zwischen Klimaschutz und Arbeitsplätzen und so weiter. Und das schafft natürlich so lange Differenzen, wie wir auch nicht die Kämpfe verbinden und uns aufeinander zuhören. Und ich glaube, genau da ist auch unbedingt die Lösung. Und da geht es auch nicht nur um IG Metall oder um Verdi, sondern da geht es auch um die ganzen Pflegeberufe, um die sozialen Berufe und so weiter. Also ich glaube auch, da sind wir auf einem guten Weg. Und du hattest es eben schon mal angesprochen. Ihr habt ja jetzt zwei neue Parteivorsitzende. Parteivorsitzende, genau, das ist der richtige Begriff. Die Janine Wiesler und Susanne Hennig-Welsow sind mir beide im Begriff. Und gerade auch bei der Janine habe ich ihr Statement letztens gehört, wo sie sich eben ganz klar mit der, ich sage mal, mit der Straße solidarisiert. Aber eigentlich solidarisiert sie sich einfach mit dem, für was sie da steht, nämlich mit der Zivilgesellschaft und mit den Anliegen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und die Susanne ist mir natürlich ein Begriff hier aus Thüringen, besonders nach dem Dammbruch letztes Jahr, als die, der, Mensch, jetzt fällt mir mein Nachbar nicht ein, der wohnt gleich vier Häuser weiter. Kemmerich. Genau, habe ich den Namen vergessen? Ist auch gar nicht so schlimm, als der Herr Kemmerich sich von der AfD in den Thüringer Landtag wählen lassen hat. Und sie ist dann eben bekannt geworden durch diesen Akt mit dem Blumenstrauß, den sie ihnen nicht überreicht hat, sondern zu Boden geworfen hat. Das heißt, beide für mich sehr interessante Persönlichkeiten und eine sehr interessante Geschichte, dass auch sie in der Linken jetzt quasi die Dinge auch in die Hand nehmen. Und ich würde zu einer Frage kommen, die ich total spannend finde, die aber, glaube ich, noch gar nicht so Thema ist. Ich glaube, bei Tito Jung war es gestern auch Thema. Die Susanne hat ja ganz klar einen Regierungsanspruch erhoben. Also sie sagt ganz klar, sie kann sich vorstellen, in einer grün-rot-roten Regierung auch dieses Jahr zu regieren. Und sie sieht das als realistisch an. Sie sieht die Signale, sie sieht Signale in der SPD. Also ich werde bestimmt nicht das Parteiprogramm der SPD jetzt irgendwie loben, aber sie sieht dort Signale, die tatsächlich vielleicht vorher nicht zu erwarten waren, in manchen Richtungen vielleicht. Und klar, wenn wir die SPD, das Parteiprogramm schauen, anschauen, dann ist es auf jeden Fall keins, was mit der CDU verwirklichbar ist. Und ja, wie ist deine Haltung? Wie ist vielleicht aber auch die Stimmung in der Partei? Und wie siehst du das überhaupt in der politischen Realität tatsächlich, dass die Linke dieses Jahr auch einen Regierungsanspruch erhebt? Und was könnten die Szenarien sein? Also wir haben eigentlich eine absurde Situation. Wir haben gesellschaftlich die absurde Situation, dass Leute sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz. Dass die Leute sagen, Hartz IV muss weg. Wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit. Für Mieterinnen muss mehr getan werden. Wir brauchen mehr Friedenspolitik. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir noch immer eine CDU, da bei 33 Prozent steht, obwohl sie gerade diese Corona-Pandemie verheerend managt. Also ich sage nur, Milliarden von Konzernen, aber die Pflegekräfte bekommen nur ein laues Klatschen im Bundestag. Trotzdem sind diese Mehrheitsverhältnisse gerade so in den Umsprachen, wie sie sind. Und ich bin überzeugt davon, dass eine Linke Politik gestalten kann, auch in eine Regierung reingehen kann, wenn sie die gesellschaftlichen Mehrheiten verändert. Das heißt, wenn sie das, was in Stimmung da ist, auch wirklich in eine Änderung der gesellschaftlichen Vorherrschaft, des gesellschaftlichen Denkens bringt. Und da kommen eben die sozialen Bewegungen ins Spiel. Und ich glaube, dass eine Linke immer dieses Rückspiel haben muss mit sozialen Bewegungen. Sonst wird sie verlieren. Das ist was, was jetzt exemplarisch in der Berliner Landesregierung funktioniert. Wenn wir uns den Mietendeckel angucken und diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, da bin ich relativ froh. Das ist nämlich eine Initiative, die von unten kommt, die von Mieterinnen initiiert worden ist. Und die Linke hat das aufgegriffen, ins Parlament gebracht. Und die Folge ist, wir haben den Fortschritt beim sozialen Wohnungsbau in Berlin. Nicht so, wie wir uns das wünschen in dem Ausmaß, aber immerhin, es werden Wohnungen gebaut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir halt mit diesem Mietendeckel ein Instrument, um wirklich diesen Mietenwahnsinn ein Stück weit zu stoppen. Das heißt, wir brauchen immer diese Rückkopplung. Und selbstverständlich, eine Linke, die im Parlament ist, muss sich die Situation anschauen. Und da sehen wir, dass wir eine CDU haben, die massivst bremst bei allen sozialen Themen. Gerade haben wir diskutiert über den CO2-Preis. Und das ist ein CO2-Preis, der halt nur die Mieterinnen belastet, nichts bringt. Weil Mieterinnen können jetzt nicht einfach eine neue klimafreundliche Heizung einbauen, hat die CDU gesagt. Ja, aber was können denn die Vermieter dafür, wenn die Mieter halt nackt in der Wohnung rumspringen? Und haben den Tipp gegeben, die Mieter sollen doch einfach mal die Heizung ein bisschen runterdrehen und nicht so viel heizen. Und da sehe ich diesen zentralen Widerspruch, diese Überheblichkeit, diesen Zynismus auf dem Umgang mit Menschen. Und beim Klimaschutz sehen wir es eben ganz klar mit Frau Schulze als Umweltministerin. Ich finde nicht alles gut, was sie sagt, beileibe nicht. Und vieles geht nicht weit genug, ist nicht so sozial gerecht und klimafreundlich, wie ich mir es wünsche. Aber es sind schon mehr Sachen da, mehr Einsicht auch in die Notwendigkeit, wie radikal eigentlich gehandelt werden muss. Und auf der anderen Seite habe ich einen Altmaier, der ständig bremst und der mir erzählt, wenn ich sage, ja, wir brauchen jetzt dringend Ordnungspolitik, wir müssen gemeinsame Regeln haben, wir müssen gesetzgeberische Maßnahmen haben, die für die gesamte Gesellschaft gelten, mit Anreizen kommen wir halt an dieser Stelle jetzt gerade nicht weiter. Das hat die letzten Jahrzehnte nicht geklappt. Dann setzt er sich hin und sagt, ja, Herr Beutin, wir wissen, dass wir da Unterschiede haben. Sie wollen alles mit Gesetzen regeln. Wir als Union, wir vertrauen der deutschen Wirtschaft. Ich meine, dafür werden sie auch ausreichend mit Spenden ausgestattet. Stichwort auch Lobbyismus, was ihr ja auch schon hattet. Und da sehe ich schon einen Grundunterschied. Und uns läuft die Zeit davon. Das heißt, man muss schon sehr ernsthaft darüber nachdenken. Und deswegen finde ich diese Entwicklung so spannend, dass die Klimabewegung auch mit Unteilbar zusammengeht, mit sozialer Gerechtigkeit zusammengeht und das deutlich macht, weil wir brauchen einen Aufbruch in der Gesellschaft für eine solidarische, friedliche und klimagerechte Gesellschaft, weil dann kann es was werden. Die Konservativen können sich hinhocken auf ihren Hintern und können sagen, wir machen nichts. Wir bekommen unsere Parteispenden. Wir wollen, dass alles so bleibt. Aber diejenigen, die einen Anspruch darauf haben, dass sich diese Gesellschaft verändert, die müssen sich zusammentun. Egal, ob es Gewerkschaften sind, soziale Bewegungen sind, Seebrück, Extinction Rebellion, Fridays for Future oder eben die Parteien, die eben für soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit einstehen. Wir brauchen ganz bitter dringend einen sozialen und ökologischen Aufbruch in diesem Land. Ja, das ist ein super Aufhänger für meine nächste Frage, die ich dir stellen will. Da kommen wir, glaube ich, genau dahin. Also ich erinnere mich, ich erinnere mich, klar, es war ja erst gestern, an die Rede von Marco Büdo, dem parteilosen Bundestagsabgeordneten. Also er ist bei der Partei, bei der die Partei, aber ist eigentlich parteilos im Bundestag. Und er hat ja gestern auch noch mal mal wieder die Lobby ins Visier genommen und hat auch noch mal, ja, gerade diesen doch Skandal, aber eigentlich irgendwie ja doch rechtlich konform, ja, doch diesen Skandal um diese Maskenbeschaffung und so weiter. Ja, also da wissen wir ja mittlerweile, dass Abgeordnete der CDU und der CSU irgendwie Wettbewerbsvorteile verschafft haben und dafür Gelder bekommen haben. Und auf der einen Seite würde ich dir erst mal die Frage stellen, klar, wie siehst du das? Wie problematisch ist das für dich? Also die Frage, die gerade auch Extinction Rebellion ja immer wieder auf die Straße bringt, wie viel Lobby-Einfluss muss es denn noch werden und wie kann das sein? Und vor allem aber auch mal die Frage danach, wie du das siehst, dass ja solche Dinge eigentlich auch legal sind. Also wir reden ja nicht mal einfach nur von Dingen, die illegal sind und die dann per Gesetz vielleicht auch als korrupt bezeichnet werden können, sondern wir reden ja von, dass wir Gesetzestrukturen haben, die sowas zulassen und genau, wie siehst du das und was muss ich da tun und was muss ich da ändern? Reicht da ein Lobby-Register? Braucht es einen Politik-Kodex, wie er auf dem Blatt von Prograde kommuniziert wird oder genau, was ist dein Ansatz und dem voraus erst mal, was ist deine Kritik überhaupt an den Strukturen? Also man kann schon ein Stück weit sagen, dass dieser Bundestag ein Raumschiff ist und wer da reingeht, hat die Gefahr abgehoben zu werden. Als ich reingekommen bin, da hat es wirklich Einladung en masse gehagelt. Also ich kann sagen, ich hätte mich kugelig und rund fressen können von einem Bankett, von einem Frühstück zum nächsten, zum Dinner abends und ich hätte überhaupt gar keinen Kontakt mehr irgendwie zu sozialen Bewegungen oder sonst was halten können, weil ich hätte immer essen müssen bei irgendwelchen Banketts, mir dann die Vorschläge der Zigarettenindustrie, der Keramikhersteller, der Autoindustrie und so weiter und so fort anhören müssen. Und ich bin überzeugt, es gibt ja Abgeordnete, die handeln auch entsprechend und die haben auch entsprechend die guten Kontakte. Und heute ist ja wieder aufgeflogen bei einem Abgeordneten der Union, dass er quasi mit der Pandemie ein Geschäft gemacht hat und dann Maskenanbieter vermittelt hat. Und er hat gesagt, ja, also er sieht die 250.000 Euro, die er dafür bekommen hat, als eine gerechte Provision sozusagen, eine marktgerechte Provision. Das heißt, er sagt nicht mal, ich habe da einen Fehler gemacht, indem ich das Geld angenommen habe, sondern er sagt, nee, ich finde, ich habe es verdient, indem ich sozusagen diesen Auftrag vermittelt habe. Und da sieht man, da läuft etwas grundlegend falsch. Und das ist genau das, was Angela Merkel mal als Bild beschrieben hat. Angela Merkel hat mal gesagt, hat das positiv gemeint, dass wir eine marktkonforme Demokratie bräuchten, quasi marktkonforme Demokratie heißt. Im Zweifelsfall gehen halt die Gesetze des Marktes vor demokratischen Spielringen. Das ist leider die Realität. Und ich muss dazu einfach sagen, wir haben dieses Lobbyregister von Lobbycontrol auch als Antrag im Bundestag eingebracht. Das ist natürlich nicht angenommen worden. Wir thematisieren die Frage des Lobbyismus immer wieder. Und es ist leider immer so, dass das nicht auf den fruchtbaren Boden fällt, weil es einfach zu schön mit diesem Lobbyismus ist. Und die Parteien finanzieren sich ja nun mal auch über Parteispende. Kann mir niemand erzählen, dass irgendein Unternehmen so altruistisch ist, dass es sagt, ja, Demokratie generell muss funktionieren. Also, sondern da sind immer schon Interessen dran gebunden. Und um da zumindest das anzuführen, ich bin stolz darauf, dass die Linke die einzige Partei ist, die in ihrer Satzung festgeschrieben hat, dass wir generell keine Konzernspenden nehmen. Das heißt, wir finanzieren uns über unsere Mitgliedsbeiträge, über die Abgaben unserer Abgeordneten. Wir als Abgeordnete spenden auch für soziale Projekte. Die Datenerhöhungen zum Beispiel gab es ja diesmal nicht. Aber ansonsten und deshalb sage ich ganz klar, eine Partei, die die Konzernspenden nimmt von Autokonzernen, von Energiekonzernen, von der Rüstungsindustrie, wie wir die glaubhafte Lebenspolitik machen, wie wir die glaubhaft für eine Energiewende einstehen, wie wir die glaubhaft für eine Verkehrswende einstehen. Deswegen werbe ich sehr dafür, dass man generell diese Spendenpraxis verbietet, um tatsächlich auch diesen, ja, um diese Parteien auch ein bisschen von dem Druck zu entlasten, Lobbypolitik machen zu müssen und auch vielleicht ein bisschen befreiter aufzuspielen. Und ich glaube, dass das eine ganz zentrale Forderung ist. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass sich XA auch ein Stück weit diesen Kampf gegen den Lobbyismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und auch bei der letzten Rebellion Wave in Berlin, die ich ja auch im letzten Jahr begleitet habe, ja auch zum VDA gegangen ist, also zum Verband der deutschen Automobilindustrie, zum Bundesverband der deutschen Industrie und zu anderen den Besuch abgestattet hat und darauf aufmerksam gemacht habe, auf diese Problematik. Weil ich glaube, wir müssen dahin tun, wo es ihnen wirklich wehtut und das deutlich machen, dass eben damit Schluss sein muss, wenn wir tatsächlich unsere Gesellschaft anders und besser gestalten wollen. Ja, vielen Dank. Es ist super. Du leidest tatsächlich immer dahin, wo ich dann als nächstes ansetzen will. Deine Bemerkung eben zu XA natürlich auch, dass wir vor allem im Jahr 2020 als deutsches Bündnis auch genau den Finger in die Wunde der Lobby gelegt haben. Wir erinnern uns ja auch sogar dann an Oktober, als es sogar eine Besetzung des Kohle-Lobbybüros gab, für mehrere Stunden natürlich alles friedlich, aber auch hier ganz klar ist, oder der Lobby auch ganz klar signalisiert wurde, so schnell werden wir nicht gehen und wir werden sie auch nicht vergessen. Genau, und da würde ich mal überleiten zu einem zweiten Komplex, den ich gerne nochmal erfragt hätte, bevor ich dann auch die Runde öffne und dann können wir alle Fragen stellen. Und da soll es einfach mal um uns gehen, um XR, aber gerne auch immer die Brücke schlagen generell zur Klimagerechtigkeitsbewegung, generell aber auch zum Werdegang von Fridays for Future, weil der ist ja fast gleich so. Also in UK, wo XR auch seinen Ursprung hat, ihren Ursprung hat, ist XR eigentlich mehr so dann die große Schwester von Fridays for Future, von der Masse her, wie hier in Deutschland es umgekehrt ist. Und manchmal ist es vielen gar nicht so bewusst in Deutschland, dass das ja eigentlich so von der Entstehungsgeschichte gleich war. Wobei natürlich der Unterschied ein sehr prägnanter ist, dass Fridays for Future tatsächlich entstanden ist aus einer Sache und dann heraus eine Bewegung geworden ist und Extinction Rebellion natürlich trotz aller Graswurzelstrukturen, die bestehen und die, die ich auf jeden Fall bestätigen würde, eine Idee war, die konzipiert wurde und tatsächlich zu einem bestimmten Moment auch gebracht wurde. Genau. Und von daher würde ich dich einfach mal so fragen, wie hast du als Politiker die Anfänge überhaupt auch von Extinction Rebellion wahrgenommen? Da wird, ist wahrscheinlich der Blick auch nochmal über die deutsche Grenze hinaus, wahrscheinlich Richtung UK, aber vor allem, wie hast du den Werdegang auch wahrgenommen? Und die zweite Frage wäre ja, welchen oder wie wird im Bundestag über die Bewegung gesprochen und welchen Einfluss hat die Bewegung vielleicht tatsächlich auch auf Diskurse im Bundestag, auf Diskurse, die politisch relevant sind? Genau. Ich würde es dabei erst mal belassen. Also, ich drehe es ein bisschen um. Zum einen ist es so, ich und viele andere machen immer wieder auch in Reden darauf aufmerksam, auf Aktionen der Klimabewegung insgesamt. Aber da habt ihr auch entsprechend schon Extinction Rebellion dann auch erwähnt, wo es dann halt auch gepasst. Zum anderen hat eben die Klimabewegung auch den Politikbetrieb insgesamt in Bewegung versetzt. Die Menschen mussten sich darauf beziehen, damit umgehen. Oder wie die braunen, blauen im Bundestag mussten sich halt radikal dann davon abgrenzen und das verteufeln. Dann gibt es halt die unterschiedlichen Ansätze. Das heißt, da ist eine Menge in Bewegung gekommen. Und ich glaube, 2019 war es, als ich sah, in Deutschland das erste Mal aufgetaucht ist, sozusagen, auch mit diesen Fahnen. Auch bei Fridays for Future Demos habe ich das teilweise gesehen, auch mit eurem Symbol. Und dann bin ich zur Gründungsprogrammation oder so, war das dann vom Reichstagsgebäude hier in Berlin aufgegangen. Habe auch daran teilgenommen, mir die Reden dann auch angehört und fand das ganz spannend und bunt. Und damit habe ich mich dann auch mit damit auseinandergesetzt, auch mit der Geschichte, die ja tatsächlich anders ein bisschen gelaufen ist, als die von Fridays for Future, aber eben auch die Wirksamkeit. Dass sozusagen auch gerade in Großbritannien beispielsweise auch die Greta Thunberg auch auf diesen Aktionen von Extinction Rebellion auch gesprochen hat, da auch präsent war, dann auch gemeinsame Videos gemacht hat mit Aktivisten, die auch XA nahestehen. Also schon enge Verknüpfung und Verzahnung. Und ich glaube, dass XA nochmal eine Chance hat, ein bisschen befreiter aufzuspielen als Fridays for Future. Ich glaube, Fridays for Future wendet sich ja vor allem auch an Schülerinnen. Dadurch ist natürlich auch verbunden, dass man schon eine gewisse Achtsamkeit braucht, weil du Schülerinnen-Minderjährige da auch nicht instrumentalisieren kannst, sozusagen. Sondern da echt auch vorsichtig sein muss. Und XA hat da den Vorteil, dass ihr ein bisschen befreiter da auch aufstehen könnt, auch in euren Forderungen. Und ich fand immer den Ansatz, dass die System Change und gegen das Toxys-System sozusagen auch stark gemacht hat, fand ich richtig und gut und habe da auch einen Berührungspunkt ganz klar gesehen, weil wir ja auch die System Change und Systemwandel ja auch für uns reklamieren und auch auf die Fahnen geschrieben haben. Da haben wir ja auch eben drüber geredet. Ich habe natürlich aber auch die Probleme hier sehr wohl bemerkt, die XA gerade auch in Deutschland hatte. Auch mit einem Roger Hallam hatte, der für mich beyond aller Diskussion war mit seiner Gleichsetzung letztlich, mit dem Holocaust. Das ist etwas, was für mich, der in dieser Tradition des Antifaschismus auch gestanden hat und für viele Opfer des Faschismus einfach untragbar ist, so eine Instrumentalisierung. Der Holocaust hat stattgefunden, war ein unsagbares Verbrechen. Und du musst die Klimaproblematik nicht irgendwie stärker machen, indem du sie damit gleichsetzt. Sondern damit hat er ganz bewusst diesen Skandal auch in deutschen Medien. Er hat ja da so ein Interview gegeben mit Zeit oder Süddeutscher, weiß ich nicht mehr. Hat er das ganz klar in Kauf genommen, diese Provokation und hat Extinction Rebellion ungemein geschadet, weil er an dieser Stelle ohne euer Zuteil sozusagen euch eine offene Flanke beschert hat, wo ihr massiv angegriffen worden seid. Ich fand gut, dass ihr dann darauf reagiert habt, dass ihr ganz klar dann auch den antifaschistischen Charakter gemacht habt, dass bei dieser Rebellion Wave dann am Potsdamer Platz, da hat ja der Anschlag von Halle auch stattgefunden, dass ihr da sofort eine Demo gemacht habt, in Solidarität und in Trauer mit den Opfern, wirklich eine antifaschistische Demo. Und ich finde das richtig, dass ihr als relativ junge Bewegung darauf auch reagiert. Und ich glaube, mittlerweile ist das auch angekommen, wie eng eben Antirassismus, Antifaschismus und Klimagerechtigkeit eben verknüpft sind, eben mit der Geschichte des globalen Südens, mit Kolonialismus und Kronen, dass man sich eben dringend als Klimabewegung auch damit auseinandersetzen muss. Da bin ich auch sehr froh darüber. Und da haben dann eben auch Sachen stattgefunden, auch diese Auseinandersetzung mit Jutta Dittford beispielsweise. Wir haben Bewegungen erlebt, beispielsweise Mahnwachen für den Frieden war eine Bewegung, wo ich reingegangen bin in die Diskussion und die haben mir gesagt, nee, Präsenz von Nazis ist okay. Die haben genauso ein Rederecht wie jeder andere. Und in Berlin ist ein Nazi-Funktionär, NPD-Funktionär aufgetaucht. Der ist dann fotografiert worden und bei Twitter ist dann rumgeschickt worden, schaut mal, bei XR ist ein NPD-Funktionär. Und da haben wir ja gleich miteinander Kontakt aufgenommen, haben gesagt, ey, Leute, Problem und so. Und die Antwort kam zurück, ja, wir kennen den ja nicht. Also der war dann nicht mit irgendwie mit Parteifizit, ey, ich bin NPD, sondern war in Zivil, sage ich mal, da hat er auch keine braune Uniform an. Und ich hätte den auch nicht erkannt, ich kann den auch nicht. Das war irgendein Funktionär eben aus Berlin. Und die Antwort von euch war, die Richter hast ihr gesagt, wenn wir das geahnt hätten, warum hat die Antifa uns nicht Bescheid gesagt, dass dann Nazis, dann hätten wir ihn von unserer Kundgebung runtergeschmissen. Und das, finde ich, ist dann die richtige Reaktion da drauf. Und da sehe ich, ihr lernt, ihr setzt euch damit auseinander. Und genau das ist für mich der Anspruch. Eine Bewegung ist für mich verloren, die sagt, es ist uns egal, ob Nazis bei uns mit Maschinen oder nicht. Aber eine Bewegung, die ganz klar sagt, wir machen Fehler, wir sind jung, aber wir wollen keine Nazis bei uns. Und Antirassismus ist für uns ein Kern in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Also das ist etwas, wo ich sage, Chapeau, genauso muss es sein. Man muss eben eine lernende Bewegung sein. Man muss diese Auseinandersetzung führen. Und das ist das, was mir dann auch den Respekt abnötigt. Genau so muss es eben laufen. Ja, vielen Dank für deine ehrlichen Worte, aber auch vor allem wichtigen Worte. Ja, also ich kann dem 200 Prozent nur zustimmen und kann das auch gar nicht großartig ergänzen. Ich glaube, das war von Anfang an klar, also gerade wenn wir uns auch in die Gründungsschriften von Extinction Rebellion reinlesen und so weiter, da war von Anfang an klar, dass das ein antirassistischer Kampf ist, dass das klar ist, dass es hier um Klimagerechtigkeit geht, dass die Klimafrage oder auch die ökologische Frage immer eine soziale Frage ist und dass die historischen Begebenheiten einfach nicht vergessen werden können. Und du hast es schon so schön gesagt, dass das Konstrukt der Rassifizierung von Menschen und so weiter, das hat alles vor vielen Jahrhunderten ihren Ursprung, vor allem im Kolonialismus, um überhaupt Ausbeutungsverhältnisse zu artikulieren und so weiter. Und also auf jeden Fall, ich habe das ja auch sehr aktiv mitverfolgt und auch miterlebt, diese ganzen Sachen. Und es war an vielen Stellen natürlich auch schmerzhaft und so weiter, das zu erleben und auch viele Missverständnisse einfach aufkommen zu sehen. Ich bin aber auch froh, wohin es jetzt gegangen ist und wie sich das Ganze auch entwickelt hat und dass auch klar ist, wo auch die Bewegungen XA oder auch Fridays for Future stehen. Und natürlich kommen wir nicht oben hin zu sagen, ja klar, es sind jetzt keine Bewegungen, die jetzt ganz klar sagen, okay, wir sind ganz klar links, sondern die einfach auch die Tür etwas öffnen und so weiter und da erst mal die Menschen ja gar nicht vorstempeln wollen, wer jetzt mitmacht. Und das war von Anfang an klar und das war für mich, also ich persönlich, vielleicht nur mal zehn Sekunden, soll ja nicht so interessant heute sein, komme selber aus links an die faschistischen Szene, seitdem ich 13, 14 bin. Und ich bin nur zu XA gekommen, weil für mich von Anfang an das eine Selbstverständlichkeit war. Und ja, von daher bin ich froh, dass sich das so auch entwickelt hat und dass wir auch durch Statements da auch zeigen konnten, wo wir stehen. Genau. Und letztendlich geht es ja darum, wie können wir diese, ich würde mal sagen, den sozial-ökologischen Kollaps abwenden. Also es geht um eine klima- und ökologische Katastrophe. Es geht darum, dass sich das Klima immens erhitzt und wir das nicht mehr irgendwie für uns bewerkstelligen können und dagegen angehen können. Und es geht darum, dass Ökosysteme kollabieren und daraus folgt natürlich letztendlich das, wovor wir riesen Angst haben, aber was in Teilen des globalen Südens passiert, dass Sozialsysteme zusammenbrechen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aus Ressourcenknappheit, wegen Wetterextremen, aufgrund von Krankheiten, also die Corona-Pandemie. Und zum Glück, in den letzten zwei, drei Wochen wird auch endlich aktiv, auch in der Öffentlichkeit, auch von der Politik darüber geredet. Die Corona-Pandemie ist eine direkte Folge, sage ich jetzt mal mit klaren Worten, der Naturzerstörung und vor allem sogar auch der Klimaerhitzung. Und das macht uns klar, das Ganze kann nicht einfach ein Kampf in deutschen oder in französischen Grenzen sein. Das ist ein weltumspannender Kampf. Und gerade sehr aktiv oder sehr präsent ist ja diese Zahl der 1,5. Das ist im Pariser Klimaabkommen natürlich niedergeschrieben, dass wir die 1,5 möglichst einholten wollen, aber die 2 auf jeden 2,2 Grad auf jeden Fall nicht reißen wollen. Und es ist auch das große Thema vieler Parteien. Also ich persönlich stelle das natürlich in Frage, wenn wir gewisse, wenn wir jetzt wirklich klimawissenschaftlich argumentieren und uns schon gewisse Prognosen anschauen, dann ist es fast gar nicht möglich mehr. Sondern wir müssten heute auf 0 runterfahren, um überhaupt eine Chance zu haben. Das heißt, diese 1,5 ist natürlich auch erstmal eine politische Zahl. Und die ist aber wichtig. Ohne das Pariser Klimaabkommen hätten wir gar nichts in der Hand. Von daher natürlich meine klare Kritik als XR-Rebell, der sagt, der 1,5, ja, klimawissenschaftlich ist das natürlich ganz, ganz schwer. Und genau, das soll uns aber nicht die Hoffnung nehmen. Und ich habe hier so zwei Fragen, die würde ich mal zusammentun. Und zwar, was muss passieren, damit in der Linken das 1,5-Grad-Ziel ernst genommen wird? Also das ist ein bisschen eine provokante Frage. Genau. Und dann ist eine zweite Frage, und die knifft auch super daran an. Und die lautet, wie können wir von außen helfen, dass die Linke eben diesen 1,5-Grad-Pfad einschlägt oder aufnimmt? Und ja, genau, was antwortest du darauf? Ist sie schon auf dem Pfad? Was sind vielleicht die zukünftigen Inhalte? Was kannst du vielleicht schon von dem verraten, was wir im linken Parteiprogramm dann begrüßen können? Genau. Also erst mal muss man ganz realistisch sagen, wir haben einen Antrag gestellt als Linke an die Bundesliga und haben gesagt, berechnet uns mal das verbleibende CO2-Budget für die Begrenzung auf 1,5 Grad. Das heißt, was Deutschland da für ein Budget hatte. Und die These, die wir zugrunde gelegt haben, ist, Deutschland ist der viertgrößte Klimaverschmutzer historisch gesehen. Und das heißt, wir haben unser CO2-Budget längst aufgebraucht, wenn wir ganz ehrlich sind. Und demzufolge verweigert die Bundesregierung genau diese wissenschaftliche Berechnung. Die Bundesregierung hat einfach kein Interesse daran, zu sehen, dass ihre Klimapolitik voll ins Leere läuft und eben damit keine 1,5 Grad und auch keine 2 Grad zu machen sind. Dann ist aber die Frage, wir können jetzt nicht auf einen Tag auf den anderen alles dicht machen, weil wir dann unglaubliche soziale Verheerungen hätten. Und das wäre auch global eben kein gutes Signal. Sondern was man machen muss, ist die Finanzierung von Klimafolgenforschung, ein Technologietransfer in den globalen Süden, ein Verbot von Export von fossiler Technik auch, die Reduzierung von Warenströmen beispielsweise, Aufkündigungen unfairer Handelsverträge, beispielsweise auch mit den afrikanischen Staaten, aber auch zu erinnern dann beispielsweise an CETA oder jetzt an die Gespräche dann auch mit Brasilien. Also da ist eine Menge im Argen, da müsste Deutschland eine Menge machen und eine Menge Geld in die Hand nehmen. Und das ist das, was leider verweigert wird. Das gehört zur Klimagerechtigkeit dazu. Wir als Linke haben in der Linksfraktion einen Aktionsplan Klimagerechtigkeit aufgelegt. Der ist ehrlich gesagt nicht vollkommen neu gewesen, weil wir schon mal 2012 einen Plan B für den sozialökologischen Umbau erarbeitet haben. und dort dargelegt haben, was sozusagen passieren müsste. Das war eine sehr utopische Zukunftsvision damals, sehr konkret auch beschrieben. Und darauf baut unser Aktionsplan Klimagerechtigkeit bis 2030 jetzt auf und sagt, was bis 2030 aus unserer Sicht passieren müsste. Und ich kann nicht sagen, ob das für 1,5 Grad reicht. Möglicherweise nicht. Da fehlen noch einige Schritte, gerade im Verkehrsbereich beispielsweise, sind noch Diskussionen zu führen. Aber wenn wir die zentralen Sachen darin umsetzen würden, im Bereich der Energiewende, in der Verkehrswende, aber auch in der Landwirtschaft und in der Industrie, dann hätten wir ganz entscheidenden Schritt gemacht hin, dass wir das schaffen können. Eine relativ weitgehende Begrenzung. Und ich sage mal so, in der Linken ist nicht alles perfekt. Da haben wir Diskussionen beispielsweise um den Zubau von Gasinfrastruktur. Aber was ich sagen kann, wir haben beispielsweise beschlossen auf unserem Bundesparteitag, dass wir keine Energie verspenden wollen, dass wir nicht Wasserstoff reinhauen in den PKW-Sektor, dass wir den ÖPNV massiv ausbauen wollen, dass wir natürlich auch eine Reduzierung des Autobestandes brauchen und so weiter und so fort. Und wir werden diese Diskussion weiterführen. Wir brauchen auch weiterhin den Druck von der Klimabewegung, weil das ist wichtig. Deswegen habe ich auch darauf hingewiesen, es ist ein Unterschied zwischen Partei und Bewegung und das sollte man auch immer im Kopf haben. Deswegen brauchen wir als Linke auch den Druck, um unsere Sachen nach außen tragen zu können, aber auch um unsere Position selbst in der Diskussion eben auch weiter zu entwickeln, zu können. Und da bin ich relativ optimistisch. Und wenn ich noch ein paar Punkte fürs Parteiprogramm verraten darf, also wir haben jetzt drinstehen, die Klimaneutralität 2035. Das ist so bei Klimawissenschaften momentan so der Konsens, den wir da auch aufgegriffen haben. Wir haben massiven Ausbau logischerweise der Erneuerbaren und dann insbesondere Dezentralen, das heißt im Besitz von Genossenschaften, Kommunen und Bürgerinnenenergie drinstehen. Wir haben eine radikale Verkehrswende drinstehen. Natürlich auch, was Landwirtschaft angeht, notwendige Änderungen drinstehen. Und was momentan in der Diskussion auch noch mal ist und was wir auch noch mal reintragen werden, ist dann die Frage von Bürgerinnenversammlung. Aber wenn wir darüber reden, da muss ich natürlich auch, ich habe da nicht so eine Hoffnung wie ihr drin. Das sehen wir auch gerade in Frankreich, wie Macron mit diesen Beschlüssen da des Bürgerinnenkonvents in Frankreich sozusagen umgeht. Du brauchst immer die Macht dahinter. Du brauchst immer den Druck der Straße dahinter, um fortschrittliche Sachen auch umsetzen zu können, sozusagen. Aber es kann eine Stellschraube sein. Ich finde nicht, dass das zentral ist, aber es kann eine Stellschraube sein, aus meiner Sicht sozusagen. Wir diskutieren und wollen es reinbringen, die Frage der Strafbarkeit auch von Umweltverbrechen, also Stichwort Ökozid dann auch und wollen sozusagen wirklich ein fortschrittliches und allen Ansprüchen, soweit das möglich ist, der Klimagerechtigkeit gerechtes Wahlprogramm dann auch auf die Beine stellt, was aber eben auch die soziale Frage als Frage für den Systemwandel aufwirft, weil wir müssen halt mit einigen grundsätzlichen Prinzipien dieses Kapitalismus brechen. Das heißt, dass alle Bereiche der Daseinsvorsorge dem Markt unterworfen werden und dem Profitprinzip ist weder richtig bei den erneuerbaren Energien noch beim Wohnen, noch in der Gesundheitsversorgung. Und da müssen wir schon ganz zentrale Stellschrauben auch drehen, wenn wir wirklich diesen Turnaround, den wir so dringend brauchen, dann auch schaffen wollen. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Also es war allerhand auch super interessant. Ich merke, wir sind sogar schon über die halbe Stunde oder ich habe es halt so 30, 40 Minuten, da hatten wir so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Ich würde jetzt noch eine Frage stellen und dann auch schon mal an die anderen ZuhörerInnen, dann könnt ihr loslegen, dann würde ich euch dann der Reihe nach dran nehmen. Ich sehe im Chat sind schon einige Fragen aufgeführt. Ja, ich fand deine Eingebung jetzt zur BürgerInnenversammlung auch nochmal sehr interessant und sehr wichtig. Also wir haben in XR die Diskurse, die ich wahrnehme, die finden natürlich auch seit Beginn schon statt. Was machen wir denn, wenn die einberufen ist und wie können wir das absichern, dass das auch umgesetzt wird? Also da gibt es ja auch die Haltung von, es muss umgesetzt werden, es braucht dann eine Verankerung im Gesetz, die das macht, bis es reicht einfach die Bereitschaft der Regierung und so weiter. Aber Frankreich, das Beispiel, hat uns gezeigt, dass sehr gehypt wurde, dass auch von der Gesellschaft sehr glücklich entgegengenommen wurde und die Ergebnisse eigentlich überwältigend sind. Also die sind absolut überwältigend. Die beweisen schon mal, dass das Instrument, die Idee der BürgerInnenversammlung, also das hat ja auch Irland schon bewiesen, absolut funktionieren können und dass sie tatsächlich Politik voranbringen können. Wir sehen, die Zivilgesellschaft ist da oft weiter als vielleicht manche politische Strukturen oder fest eingesessene Regierungen, die irgendwie fast zwei Jahrzehnte regieren, definitiv. Aber ich persönlich bin natürlich auch der Meinung, dass es ein Teil im Rädchen ist, dass es ein wichtiges Teil sein wird und ein sehr prägnantes Teil sein wird, weil das eben die Stimme der Gesellschaft ist, aber natürlich nicht das Allheilmittel. Und gerade das beweist eben, dass selbst wenn die BürgerInnenversammlung in Deutschland, es gab ja jetzt auch den BürgerInnenrat zur Rolle Deutschlands in der Welt, den ich zu Beginn sehr kritisiert hatte, weil ich das eher als Zeitschinden empfunden habe und jetzt tatsächlich ganz schön überwältigt bin, wenn ich mir den Bereich angucke zu klima- und ökologierelevanten Themen und vor allem auch zu Klimagerechtigkeit. Das war unheimlich überwältigend, was meine MitbürgerInnen, unsere MitbürgerInnen da entschieden haben. Und genau, worauf ich hinaus wollte, ist aber, der Kampf ist damit nicht getan, weil Macron hat uns gezeigt, alles ist getan und es muss eigentlich nur noch, ich sage jetzt mal ganz naiv, es muss nur noch umgesetzt werden und all das geschieht nicht. Und von daher ist es durchaus relevant, wer den Hebel in der Hand hat und wer gerade, welche Partei und welche Personen vielleicht auch in der Regierung sind, wenn so eine BürgerInnenversammlung stattfindet. Von daher sollte das wahrscheinlich nie losgelöst betrachtet werden. Und soviel dazu, wer die Hebel in der Hand hat, würde ich dir noch eine Frage zu zwei Sachen stellen und dann die Runde öffnen. Wie ist deine Perspektive, weil es auch gerade zwei Themen sind, die heiß diskutiert werden oder worden, wo auch wieder viel Empörung ist, einmal zum Lieferkettengesetz, also insofern das dein Bereich auch ist und du da eine Meinung zu hast, was kritisierst du jetzt an dem beschlossenen Lieferkettengesetz, was fehlt daran eigentlich und was ist vielleicht auch der Skandal tatsächlich daran? Und als zweites zum Energieschaltervertrag. Also der wird ja jetzt gerade wieder sehr aktuell diskutiert und es gibt viele Forderungen. Es gibt gerade eine europaweite Petition, die, glaube ich, schon über die 600.000 oder 700.000 Unterschriften hat, eben dass Länder der EU oder besonders auch Deutschland aus diesem Energieschaltervertrag austreten, der eben einfach Konzernen möglich macht, gegen Staaten zu klagen. Und das entsetzendste Beispiel ist das Neueste, das ist, dass RWE gegen die Niederlande klagt, weil die Niederlande auf Druck eines niederländischen Gerichtes endlich Klimamaßnahmen beschlossen hat. Das heißt, solange es diesen Energieschaltervertrag gibt, können wir, ich sage jetzt mal ganz plakativ, können wir auf die Straße gehen und können wir fordern, was wir wollen, wenn hintenrum Wattenfall und RWE die Staaten verklagen oder Deutschland einknickt, den Konzernen Geld zahlt und dann letztendlich die EU Deutschland wieder verklagt und so weiter und so fort. Genau. Wie ist deine Position zu diesen zwei Dingen, die ja doch eigentlich einen Rieseneinfluss haben könnten auf Klima- und Umweltpolitik? Ja, Lieferkettengesetz klingt nach einem großen Begriff. Ansätze dazu waren auch gut. Das ist ja schon eine lange Forderung, die auch von Gewerkschaften beispielsweise gestellt wird. Aber jetzt gerade in der Corona-Krise haben wir gesehen, wie massiv es verwässert worden ist. Das heißt, die Strafbarkeit, die Nachvollziehbarkeit sind da ganz entscheidende Kriterien. Und das ist leider verwässert worden. Da haben die Lobbys, kann man sagen, wieder ganze Arbeit geleistet. Das Argument der CDU war, dass man natürlich jetzt in der Krise unsere armen Unternehmen nicht weiter belasten darf, mit zunehmen, mit weiteren Regelungen sozusagen. Das war dann das Argument der Union in diesen Verhandlungen darüber. Und deswegen ist es halt leider wieder ein zahnloser Tiger geworden. Aber wie vielleicht auch beim Klimaschutzgesetz, was wir ja als leere Hülle sozusagen oder jedenfalls zahnlose Angelegenheit haben, kann man vielleicht auch hier sagen, natürlich könnte eine kommende Regierung das anschärfen und verschärfen. Und das wäre auch notwendig. Das heißt, ein Stück weit kann man sagen, das ist ein Erfolg, dass sie sich genötigt gesehen haben, überhaupt sowas in die Wege zu leiten. Aber dass das scharf gestellt wird und das ist wirksam wert, da müssen wir noch massiven Druck machen. Und zur zweiten Frage der Konzernfrage, ja klar, wir müssen aussteigen aus dem Energiecharta-Vertrag. Wir bereiten da auch einen Antrag jetzt vor, um da nochmal Druck auch drauf zu machen. Ich befürchte, dass es mit der jetzigen Regierungskonstellation aus SPD und Union illusorisch ist, das auch durchzusetzen, so kurz vor dem Bundestag, aber zumindest das Zeichen muss man setzen. Und das wird ja auch deutlich gesetzt. Das ist etwas, was wir die ganze Zeit schon beklagt haben. Bei den Verträgen von CETA und TTIP ist das ja überall mit dieser Konzernklagemöglichkeit gegen die Staaten. Und das ist ein verheerendes Konstrukt, was eben mit dazu gehört, was ich vorhin gesagt habe, alle Bereiche der Gesellschaft dem Markt unterwerfen oder wie es Merkel gesagt hat, marktkonforme Demokratie. Und in einer marktkonformen Demokratie ist eben keine Klimagerechtigkeit zu machen. Wir brauchen eben, ich sage mal, eine echte Demokratie. Wir müssen Demokratie ausbauen. Und dazu gehört für mich auch, Mitspracherechte auszubauen, die Rechte der Bevölkerung auszubauen und deutlich zu machen, dass Demokratie nicht bedeutet, nur alle vier Jahre die Stimme abzugeben und dann bis zu den nächsten vier Jahren zu warten, sondern wirklich aktiv einzugreifen über Organisationen, indem wir uns alle organisieren. Also ich weiß nicht, wer das noch kennt von Tonstein in der Scherben, dieses wunderbare Lied. Das alles kann passieren, wenn wir uns organisieren. Und das erlebe ich in den letzten Jahren, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die das Interesse haben, die Geschicke unseres Landes sozusagen in die Hand zu nehmen und Gesellschaft zu verändern. Und das müssen und können wir ermutigen. Und das heißt auch, dass wir einfordern müssen, dass Deutschland aus solchen schädlichen Verträgen aussteigt. Also das ist ja quasi in Analogie zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit raus aus diesen wirklich schlimmen Handelsverträgen. Vielen Dank, Gösta. Bis hierhin auf jeden Fall. Ich würde jetzt die Runde öffnen. Ich sehe auf dem Chat schon einige Fragen. Wir gehen wie üblich, wie folgt vor. Ich würde dann einfach die Personen aufrufen. Ihr könnt die jetzt auch gerne nochmal verbal selber stellen. Und wenn Gösta dann darauf geantwortet hat, frage ich euch nochmal, ob ihr damit zufrieden seid oder ob ihr eine Nachfrage habt. Und ich sehe hier im Chat als erstes Besk, du hattest so eine halbe Frage gestellt. Möchtest du sie nochmal artikulieren oder hat sie sich erledigt? Nee, ich kann sie gerne nochmal artikulieren. Ja, so ein bisschen eine Diskussion darum, wie sehr XR versuchen soll oder wie sinnvoll es ist, von XR-Seite auf CDU und SPD irgendwie zuzugehen und da versuchen, zum Beispiel direkten Kontakt oder sowas für XR-Belange zu versuchen, die Politiker irgendwie in die Richtung zu bringen oder sowas. Ja, und ich würde gerne wissen, was Lorenz Gösta, wie sinnvoll er das hält oder ob es gut ist, darin Zeit zu investieren. Ja, also generell reden schadet nie. Und es gab ja auch die diversen Gesprächsrunden auch schon 2019, 2020, wo XR auch im Bundestag beispielsweise beteiligt war und an anderen Stellen. Nur muss man wissen, wofür man seine Ressourcen einsetzt. Und man muss auch wissen, was da nicht immer oder relativ selten irgendwas Verbindliches bei rumkommt. Aber besucht eure Wahlkreisabgeordneten beispielsweise, redet mit ihnen, redet auch mit CDU und SPD-Abgeordneten. Alles, was Druck aufbaut, nützt sozusagen, also wenn ihr Zeit überhabt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass häufig zum einen in Gesprächen, Stichwort Fracking war ein großes Thema bei uns in Schleswig-Holstein, Abgeordnete von SPD und CDU vor Ort das eine gesagt, haben sie gesagt, ja, ihr habt recht mit eurer Kritik und wir unterstützen das, auch Verbot von Fracking und so. Und haben dann aber im Bundestag dann doch anders abgestimmt. Und da klafft immer eine Lücke. Genauso wie man immer gucken muss, eine Lücke besteht zwischen Wahlprogramm und realen Handeln. Das ist bei der Linken auch nicht anders. Man muss das einfach bewerten, muss sich das reale Handeln angucken, muss angucken, wie haben die Leute denn dann tatsächlich im Bundestag abgestimmt. Wie haben sich im Bundestag dann real verhalten. Da kann man gut eine Realitäts-Eschekte machen. Also ladet die ein, hört, was sie sagen und guckt dann mal nachher, was sie zum Teil dann vollkommen anders abstimmen, als sie euch nachher erzählt haben. Aber all das zählt natürlich mit dazu, Druck aufzubauen. Aber verschwendet eure Zeit nicht, sondern macht es, wenn ihr wirklich die Zeit übrig habt. Ja, vielen Dank, Gester. Bess, ist es für dich beantwortet oder hast du noch mal eine Nachfrage? Nee, ist beantwortet. Vielen Dank. Okay, ich danke auch. Als nächstes in der Liste sehe ich den Joe Hohenfeld. Möchtest du deine Frage noch mal artikulieren? Kannst du das vielleicht einfach kurz vorlesen? Ja, genau. Ich kann das auch machen. Ja, gerne. Okay. Joe fragt, wie sieht es denn mit dem Lobbyismus bei den Gewerkschaften aus? Genau, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Jetzt, Gester, die ist ja jetzt sehr einfach gehalten. Aber genau, vielleicht fällt dir dazu was ein. Also Gewerkschaften sind historisch gesehen ein ganz mächtiges Instrument, sage ich mal. Also Gewerkschaften haben halt acht Stunden Tag erkämpft, haben erkämpft, dass Arbeiterinnen aus dem Elend sozusagen geholt worden sind. Also auch die Sozialreform, Rente und Sozialversicherung, Krankenversicherung von Bismarck, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das hat ja Bismarck nicht gemacht, weil er so ein Altruist war und gesagt hat, wir müssen aber vielleicht auch mal was für die armen Arbeiterinnen tun. Sondern er hat es gemacht, um der so entstehenden Sozialdemokratie und den Gewerkschaften sozusagen den Saft abzudrehen sozusagen. Und deswegen brauchen wir Gewerkschaften auch für unsere sozialen Kämpfe. Und trotzdem ist es natürlich so, dass auch da immer ein gewisses Beharrungsvermögen ist. Und deswegen finde ich es wichtig, da die Diskussionen auch zu führen. Also gerade bei der IG Metall ist auch die Frage Arbeitsplätze in der Automobilindustrie auf der einen Seite. Wie schaffen wir die Transformation auf der anderen Seite? Eine ganz zentrale Frage. Ich bin glücklich darüber, dass die IG Metall da jetzt dran ist, dass die IG Metall auch mit Klimabewegten da Gespräche führt. Und dass man auch gemeinsam so einen Streitmal auf die Schiene setzt. Das ist fantastisch. Aber selbstverständlich sind es auch starre Strukturen. Und um es einfach transparent zu machen. Ich bin ja in eine Partei reingegangen, weil ich eine bestimmte Position habe. Ich bin nicht in eine Partei reingegangen, weil ich Parteisoldat bin und mir erwarte, dass eine Partei irgendwie 100 Prozent meiner Position vertritt oder ich 100 Prozent der Position der Partei vertrete. Sondern ich will eine Partei verändern. Ich will auch die Linke zum spannenden, bewegungsorientierten Projekt machen. Zu einer Partei, die wirklich bunt ist und die versteht, dass all diese Kämpfe, Gewerkschaftskämpfe, Klimakämpfe, soziale Kämpfe, Kämpfe für Gleichberechtigung, dass das alles zusammengehört. Dass man das nicht voneinander trennen kann. Aber das ist nur ein Stück weit des Weges zu gehen. Also wir haben erst den Anfang gesehen, wie wir auch bei der Klimabewegung letztlich erst den Anfang gesehen haben. Und deswegen, klar, gibt es auch, dass natürlich auch die Interessen von Gewerkschaften in die Linke hineinragen. Und dass man da auch die Debatten und die Auseinandersetzungen führen muss. Und ich nehme die Interessen der Gewerkschaften und der Beschäftigten sehr ernst. Ich weiß, wie wichtig das ist. Auch wie wichtig zum Beispiel das Selbstverständnis und die Tradition beispielsweise auch der Kohlekumpe in der Lausitz oder im rheinischen Braunkohle-Revier sind. Das darf man ja nicht vergessen. Da hängen ja ganze Familiengeschichten und Traditionen dran. Das heißt, diesen subjektiven Faktor, den müssen wir immer mitdenken und müssen dann sagen, wir nehmen euch ernst, aber wir diskutieren auch mit euch und sagen euch unsere Position. Und gemeinsam müssen wir entwickeln, wie können wir das schaffen, dass ihr eure Würde behaltet, dass ihr eure gute Arbeit behaltet, aber dass wir trotzdem unsere Gesellschaft da auf den richtigen Weg bringen in Richtung Klimagerechtigkeit. Das ist nicht immer einfach, aber wir haben nur diese Chance, weil gegeneinander Gewerkschaften oder Klimabewegung wird immer erscheitert, sondern wir müssen das gemeinsam schaffen im Interesse von uns allen, glaube ich. Ja, vielen Dank. Dem kann ich gar nichts hinzufügen. Finde ich super, dein Schlusssatz. Joe, ist es für dich beantwortet, die Frage, oder hast du noch eine Nachfrage? Das Thema war ja wichtig. Danke. Ich danke dir auch. Als nächstes in der Liste sehe ich die Frage von Henry. Ich fordere dich auch gerne nochmal auf, sie persönlich zu stellen, ansonsten kann ich sie auch vorlesen. Okay. System change, not climate change. Das steht ja bei dir auch auf deinem Hintergrundbild. Was heißt das für dich? Was müssen wir am System ändern und wo fangen wir damit an? Das ist ja keine große Überraschung für euch wahrscheinlich, wenn ich da über den demokratischen Sozialismus rede und dass das unsere Zielvorstellung ist. Ich verstehe darunter eine Gesellschaft, die wirklich in allen Bereichen umfassende Solidarität, ein gerechtes, gutes Leben für alle Menschen im Einklang mit unseren Lebensgrundlagen und der Umwelt ermöglicht. Das ist für mich sozusagen das utopische Moment. Ich will diese Gesellschaft erreichen und ich kämpfe dafür. Das ist mein Fernziel. Und zwischendrin müssen wir selbstverständlich Schritte gehen. Und mir ist das dann egal, ob jemand sagt, ich bin für den Anarchismus, ich bin für den Sozialismus, Kommunismus oder für was weiß ich, für grundsätzliche soziale Gerechtigkeit sozusagen. Mir ist egal, welchen Namen wir dem Kind geben, wenn wir da gemeinsam Schritte machen. Sondern das ganz Zentrale ist, für mich als Linken nochmal insbesondere auch als Konsequenz aus dem Stalinismus. Dieser Weg ist ein demokratischer und wir müssen hier die politischen Freiheitsrechte beibehalten und verteidigen. Übrigens auch verteidigen, wo sie angegriffen werden von neuen Sicherheitsgesetzen, von Abhörgesetzen und anderen Sachen. Auch gegen Strukturen in Polizei und Bundeswehr, habt ihr ja mitbekommen, die gegen unsere Demokratie arbeiten. Dann müssen wir Demokratie und politische Freiheit verteidigen. Das ist für mich die Konsequenz der Auseinandersetzung auch mit der Geschichte, die unsere Vorgängerpartei sozusagen hatte. Und ich bin stolz darauf, dass die Linke diese Auseinandersetzung ehrlich und offen geführt hat und die Konsequenzen daraus gezogen hat. Das ist absolut notwendig. Aber gleichzeitig heißt es, dass dieses System eben Freiheit und Gleichheit miteinander vereinbart. Gleichheit heißt eben auch für mich das global anzustrebende Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Weil wer gibt mir das Recht zu sagen, den Menschen, die in Äthiopien vor dem Klimawandel fliehen, zu sagen, du darfst hier nicht mehr, du bist Wirtschaftsflüchtling, du wirst hier gar nicht verfolgt, du willst hier nur ein besseres Leben, aber ein Recht auf besseres Leben. Das hast du nicht. Das kann nicht die Antwort darauf sein, sondern Klimagerechtigkeit heißt eben auch, dass wir den globalen Süden eben das auch ermöglichen und dass wir damit Schluss machen, dass irgendwie fünf bis sechs Millionen Kinder im Jahr wegen extremer Armut, wegen der Folgen extremer Armut sterben. Sondern wir müssen denen auch einen sozialen Aufstieg ermöglichen im Einklang mit der Klimagerechtigkeit. Also das ist dieses Thema Technologietransfer, was ich vorhin auch nochmal genannt habe und Klimawandelfolgen, auch Abfederung sozusagen. Also bei uns in Schleswig-Holstein, wir können unsere Deiche immer höher ziehen. Das ist erst mal vorläufig jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre vielleicht nicht, das Problem wäre es, technische Know-how. Aber die Menschen in Bangladesch, die haben nicht das Geld dafür. Da kannst du nicht sagen, wir bauen immer mehr Deiche, immer höhere Deiche. Da ist der Klimawandel jetzt Realität und die Hälfte des Landes wird zum Teil überflutet. Und deswegen bedeutet für mich System Change zu sagen, wir brauchen da den Gedanken der Gleichheit und wir müssen das deutlich machen, dass Klimagerechtigkeit nur so funktioniert, wenn wir alle Kräfte mitnehmen, die für eine solidarische, eine demokratische Gesellschaft einstehen. Und das bedeutet für mich System Change, Demokratie ausbauen, Freiheiten bewahren und auch mehr Gleichheit sozusagen, auch im globalen Kontext wagen. Vielen Dank. Ist die Frage für dich beantwortet, Henry? Oder hast du eine Nachfrage? Ja, ich frage noch ein bisschen nach. Wie siehst du so Konzepte wie Gemeinwohlökonomie, Donut-Economics oder vielleicht auch sowas wie Brutto-National-Glück, so wie es das ja in Bhutan gibt? Göstern, nicht wundern, ich gehe ganz kurz austreten. Du kannst gerne schon antworten. Ich bin gleich wieder da. Okay, das machen wir. Ja, das hängt vielleicht mit meinem Einstieg zusammen. Ich habe ja gesagt, ich stehe für einen demokratischen Sozialismus. Ich habe da relativ genaue Vorstellungen, die ich da auch beschrieben habe, wie das auch mit Klimagerechtigkeit in Einklang zu bringen ist und mit unserer Demokratie. Aber es geht mir um den Weg und dass wir jetzt Schritte gehen. Und deswegen, es gibt ganz, ganz viele spannende Ansätze, die du eben genannt hast. Die können Bausteine sein auf diesem Weg. Die müssen wir mit einbringen sozusagen in unsere Auseinandersetzung. Wir müssen uns da auch dran reiben. Wir müssen uns auch streiten, weil nur durch Streit entwickelt man seine Position sozusagen weiter. Deswegen sage ich ja auch, wir brauchen den Druck als Linke der Klimabewegung. Es gibt keine perfekte Partei. Gibt es einfach nicht, sondern muss sich immer weiterentwickeln, genauso wie ihr euch als Klimabewegung weiterentwickelt. Und deswegen finde ich es total wichtig, solche neuen Ansätze einzubauen. Und dann kann eben auch so ein Ansatz wie Gemeinwohlökonomie ein Baustein sozusagen sein. Also ich bin kein Dogmatiker. Ich sage nicht, es gibt denen einen Weg, sondern ich sage, es gibt viele Wege und wir müssen darum ringen. Wir müssen diese Wege miteinander diskutieren und wir müssen sie alle einbauen in unser Konzept in Richtung einer solidarischen, nenne ich das mal, Gesellschaft. Und ob die dann ein demokratischer Sozialismus ist oder ob sie was ganz Neues ist, ein ganz neuer Begriff ist, das weiß ich nicht. Aber wir müssen uns halt gemeinsam auf den Weg machen und da uns mit allem auseinandersetzen und alles mal antesten und dann wieder verwerfen oder in unser Konzept einbauen, je nachdem. Vielen Dank. Ich schaue hier im Chat. Bike Berlin, du hast eine Frage gestellt. Möchtest du die selbst nochmal stellen? Ja, gerne doch. Danke für die klaren Worte, Herr Beutin. Ich glaube, vieles von dem, was Sie sagen, das können die meisten hier auch unterschreiben. Und das sagt sich natürlich auch aus der Opposition manchmal etwas einfacher. Und das, was, ich komme jetzt hier aus Berlin und das, was uns natürlich völlig frustriert hat, ist, dass letzte Woche die Linken also einen Beschluss, der auf dem Tisch lag, der ein Verbrennerverbot für Berlin für bis 2030 in neun Jahren bedeutet hätte, blockiert haben. Und das schafft natürlich den einen, dass wenn die Linken denn in der Regierungsverantwortung sind, wie sie es hier sind, dass es dann gar nicht mehr so die Notwendigkeit und Dringlichkeit des Klimaschutzes und des 1,5 Grad Ziel auf dem Tisch liegen und das dann doch anders agiert wird. Wie schätzen Sie das ein? Das ist immer eben das Spannungsfeld zwischen Parlament und Regierung, äh Quatsch, Parlament und Bewegung, was ich eben auch deutlich mache. Deswegen auch immer der Aufruf, Druck zu machen. Und wir sind in manchen Ländern ja in Regierungsverantwortung, beispielsweise in Thüringen. In Thüringen bin ich stolz darauf, dass wir in Thüringen das erste Klimaschutzgesetz in ostdeutschen Bundesländern auf die Schiene gesetzt haben. Trotzdem steht der Klimaneutralität 2050 drin, dass eben noch Arbeit, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist nicht perfekt. Genauso ist es in Berlin. Ich weiß, dass in Berlin viele gute Ansätze sind für die Frage, wie kriegen wir die Wärmeversorgung klimaneutral, auch fürs Volksbegehren, Fahrrad auch für die Unterstützung. Ich habe mit meinem Kollegen Michael Effler darüber geredet und diskutiert über diese Frage. Den kennt ihr ja auch, der war ja auch beispielsweise im Potsdamer Platz dabei, als die Aktion von Extinction Rebellion beispielsweise war und hat auch XR immer begleitet sozusagen. Und wir haben in unserem Bundesprogramm drin, Verbot des Verbrennungsmotors 2013. Das wird auch im Wahlprogramm drin stehen. Und ich glaube, dass es neben der Reduzierung des Pkw-Bestandes ein wichtiger Schritt ist. Er hat gesagt, in der Diskussion war nicht die Frage, ob man sozusagen die Klimazone oder emissionsfreie Zone oder so in Berlin, so nennt sich das, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sich das in Berlin nennt, da auf die wirklich durchsetzt, sondern da gibt es das Bekenntnis dazu, sondern die Frage war nach dem Rechtsrahmen und ob es sozusagen innerhalb dieses Rechtsrahmens möglich ist, das durchzusetzen. Und es soll da wohl noch Rechtsgutachten geben, die Diskussion soll wohl weitergehen. Das ist noch nicht beendet. Macht Druck, macht Druck, mischt euch da ein, sucht das Gespräch, nicht nur mit Michael Effler, auch mit anderen, mit Katina Schubert, unserer Landesvorsitzenden hier in Berlin beispielsweise. Und macht die Notwendigkeit deutlich. Das gehört mit dazu, dass es ihnen nicht die perfekte Partei gibt, sondern es gibt richtige und gute Ansätze, die ich auch charakterisiert habe. Aber auch die Linke braucht dringend Druck, auch Druck von der Straße. Und ich bin mir sicher, dass die Linke Berlin und die Klimawährung im Ziel einig sind. Aber vielleicht fehlt da noch ein entscheidender Schritt und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass ihr da weiter Druck macht und weiter dran bleibt. Und ich will euch vor einer Illusion warnen, die leider viele machen, im Positiven wie im Negativen, dass man entweder ganz viel Hoffnung oder ganz viel Frust auf eine Partei schmeißt. Aber eine Partei alleine wird das nicht rocken sozusagen, wird nicht die Gesellschaft auf einen Schlag verändern. Und wenn eine Partei eine Regierung ist, darf man niemals nachlassen, sondern dann muss eigentlich der Druck erst am Anfang darauf, weil ein rebellisches Regieren sozusagen, was ich mir vorstelle, das braucht so bitter den Druck. Also macht weiter den Druck, geht auf die Straße und erhebt eure Stimme. Das ist bitter und dringend nötig. Danke dir. Bei Berlin ist die Frage nicht beantwortet oder möchtest du nochmal nachfragen? Ja, danke für die klare Antwort. Okay, super. Ich sehe hier im Chat die nächste Frage nochmal von Joe Hohenfeld. Aber ich kann sie nicht ganz zuordnen. War die fürhin situativ oder möchtest du sie nochmal artikulieren? Ach so, net man, ja, situativ. Ja, genau. Eigentlich ist die Antwort schon geschehen. Ich wusste jetzt nicht, dass es um einen lokalen Berlin-Entscheid ging. Da wäre ja die Forderung, wenn die klar von der Linken gestellt wird, 230 Verbrenner zu verbieten, das nicht nur für Berlin zu fordern, sondern natürlich auf der Forderung, gesamtdeutsch zu bleiben. Dass jetzt nicht Berlin hier einen Sonderstatus bekommen muss, ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Also, man hängt sich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster. Wenn wir den Druck von der Straße machen, dann kann die Linke vielleicht eben auch reagieren auf Forderungen, wenn das speziell, aber eben von unserer Seite sicherlich nicht nur für Berlin gefordert wird. Also, ich will das mal ganz kurz auseinanderdrüsen. Also, da bei dieser Frage der emissionsfreien Zone geht es nicht. Ich glaube es jedenfalls, soweit ich das verstanden habe. Nicht um Entscheid, sondern es geht da um Beschluss und die Diskussion um Beschluss und die Rechtsgrundlage da an dieser Stelle. Vorausgegangen ist irgendwann mal, ich glaube vor zwei, drei Jahren, ein Volksentscheid zum Rad, wo es um den Ausbau von Radwegen und Ähnliches ging, der sehr positiv war und wo die Linke das auch unterstützt hat und das auch versucht hat aufzugreifen. Nicht so perfekt, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Und auf Bundesebene haben wir das in unserem Programm, wie gesagt, drinstehen ab 2030. Aber es braucht überall, an jeder Stelle Druck. Es braucht übrigens auch Druck, das will ich nochmal ganz deutlich machen, auch Druck in den Kommunen, in jeder einzelnen Kommune, nicht nur in Berlin, auch in, weiß ich nicht, in Quartenbrück, in Quickborn, in Heide, Dittmarschen, Essen und so weiter und so fort. Und direkt vor Ort Druck zu machen. Was zum Beispiel verheerend ist, und das wäre grundsätzlich mal zu ändern, ist, dass Klimaschutz eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist. Das ist ziemlich bitter, weil bei Kommunen, die in Finanznot sind, die können sich keinen Klimaschutz leisten. Da wird das häufig dann einfach weggestrebt. Das ist eine freiwillige Aufgabe sozusagen. Und da muss man sich dafür einsetzen. Das fällt leider manchmal ein bisschen hinten runter, dass Klimaschutz eine verbindliche Aufgabe der Kommune ist und dass die Kommunen auch entsprechend finanziell ausgestattet werden. Das ist nochmal ein dickes Brett. Also macht euch auch in den Kommunen dafür stark. Wir müssen einfach jede einzelne Ebene bedenken und jeder muss schauen, auf welche Ebene man sich engagieren kann, wie viele Kräfte da sind, weil da muss man ja auch immer dran denken. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Bundestagswahl, weil wir dringend einen grundlegenden Politikwechsel brauchen. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch einige Fragen. Jetzt kommen wir auch zu einem ganz neuen Themenfeld. Würde ich dann gleich an Colin übergeben, zuvor jedoch. Also der Talkcast ist männlich gelesen. Der Mensch, der das hier moderiert, ist männlich gelesen. Alle Fragen, die bisher kamen, kamen von Menschen, die ich als männlich gelesen gehört habe. Ich möchte gerne auch nochmal Personen dazu einladen, die sich selbst als weiblich identifizieren. Ich sehe hier einige weiblich gelesenen Namen. Genau, ohne euch natürlich jetzt irgendwie in Zugzwang zu bringen und zu sagen, jetzt bitte stellt hier eine Frage. Ich möchte euch nur gerne zu einladen, dann würde ich euch auch gerne eher dran nehmen. Würde dafür jetzt einfach mal zehn Sekunden eine Pause lassen und warten. Und wenn dem nicht so ist, ist das auch völlig okay. Dann habt ihr keine Fragen. Oder ihr könnt auch gerne mich danach anschreiben über unser Netzwerk und mir auch reflektieren. Vielleicht hat es auch an irgendwas gelegen oder vielleicht kann ich es nächstes Mal was besser machen. Genau, soviel erstmal dazu. Ich warte jetzt einfach mal ein paar Sekunden und ansonsten würde ich dann Colin dran nehmen. Und ja. Okay. Kat, du hast dich gerade sichtbar gemacht. Möchtest du eine Frage stellen oder war das zufällig? Ich wollte mich dazu äußern. Okay. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das ewige Thema Feminismus einbringen soll oder nicht. Also die Linke wird ja schon auch als eine Partei wahrgenommen, die sich sehr bemüht um Gleichberechtigung und auch sichtbarer als alle anderen Parteien, sogar als die Grünen in meinen Augen. Und trotzdem vermisse ich im generellen politischen Diskurs so die Frage, es kommt immer wieder von Wissenschaftlern und Menschen, die Bewegungen anleiten, das jetzt eine Zeit anbricht, in der Frauen und feministische Ideen auch zu Kraft bedeuten. Wird das mitgedacht? Also ich denke jetzt ganz konkret daran, es wird im April in Belarus ein Buch rausgegeben von einer Philosophin, die über Belarus schreibt und die explizit sagt, es ist eine weibliche Revolution und es funktioniert nur über den Code, dass Frauen ihre Rechte einklagen. Und das ist jetzt mein Weiterdenken, ich habe auch philosophisch studiert, die Klimakrise ja vor dem Hintergrund im Symbolraum stattfindet, dass die Vernichtung von Natur überhaupt erst möglich war auf der Basis dieser Geschlechtertrennung und des allgemeinen Dualismus. Ist das ein Thema oder geht das im Alltagsgeschäft sehr unter? Das ist jetzt nochmal eine ganz große Frage. Wo fange ich an? Also, schöne Fragen. Im Übrigen, das müsstest du Tino noch sagen, weil du jetzt sichtbar warst. Das Problem ist, wir zeichnen das auf. Müssen wir mal überlegen, weißt du auch, okay, gut, dann ist alles gut. Das wollte ich nur zur Sicherheit noch gesagt haben. Also zum einen, ich bin sehr froh, dass wir eine weibliche Doppelspitze jetzt gewählt haben. Das ist für mich ein ganz klares Signal nochmal gewesen. Und ich bin auch froh, dass du das auch so siehst, dass wir dieses Thema schon setzen. Ich muss aber auch sagen, ja, wir haben einen ziemlich hohen Anteil an weiblichen Mitgliedern unter den Parteien. Ich glaube, den zweithösten nach den Grünen. Und wir haben über 50 Prozent weibliche Bundestagsabgeordnete im Parlament. Aber es ist auch eine Frage der Kultur, der kulturellen Auseinandersetzung auf der einen Seite, wie man miteinander redet, wie man miteinander umgeht. Und dort erlebe ich gar nicht aus bösem Willen, aber ich überlege da, Quatsch, erlebe häufig, dass es dann so ist, dass in Parteistrukturen, wenn eine Frau nur den Kopf hebt, sie gleich mit Ämtern sozusagen vollgeschmissen wird, überhäuft wird. Und das ist natürlich dann ein Problem, man darf Menschen sozusagen da auch nicht überfordern. Ich habe dann schon gesehen, dass das dann auch abschreckend sein kann. Das heißt, man muss das viel mehr, diese Kultur der Gleichberechtigung angehen. Wir versuchen das in vielen Sachen. Wir haben quotierte Redenlisten beispielsweise. Wir haben Frauenplenum. Wir reflektieren das in unseren Strukturen. Deswegen habe ich eben hier auch über die Frage von Klimagerechtigkeit und Gleichberechtigung, das meinte ich, damit geredet. Und man muss schon ganz klar sagen, dass die Geschichte der Ausbeutung des Kapitalismus eng mit dem Patriarchat verbunden ist. Also kann man sich auch Bordieu schön nehmen mit männlicher Herrschaft. Zum Beispiel hat er spannende, ganz spannende Sache, wenn auch vom Mann geschrieben. Es gibt gerade in den englischsprachigen Ländern da viele Ansätze, dass man auch sowas wie einen sozialistischen Feminismus, sage ich mal, entwickelt. Also ein Feminismus, der nicht nur auf formale Gleichberechtigung setzt, also durch Quoten und anderes, sondern der auch erkennt, dass es eben auch mit der sozialen Frage ganz eng verwoben ist. Und das sieht man ganz, ganz klar bei der Frage der Klimagerechtigkeit. Ja genau, Aufwertung, Care-Arbeit auch nochmal eine wichtige Sache. Das heißt, die typischen, in Anführungszeichen, Frauenberufe sozusagen, die unterbezahlt sind, wo man sagt, jetzt gesagt irgendwie, ja, systemrelevant, dann gab es ein schönes Klatschen. Aber real sind dann die Profite der Aktionären dann doch immer das Wichtige. Und bei der Frage der Klimagerechtigkeit kann man einfach sagen, wer besitzt das Vermögen auf der Welt in der Hand von Männern oder von Personen, die männlich gelesen werden, sozusagen. Ich glaube, fünf Prozent oder irgendwie sowas des weltweiten Vermögens ist im Besitz von Frauen und der Rest im Besitz von Männern. Die acht reichsten Menschen, die so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, sind alle männlich. Und deswegen hat es sehr viel mit Herrschaft zu tun, hat es sehr viel mit Ausbeutung zu tun. Und ich glaube, dass wir das immer mitdenken müssen, wenn wir über Klimagerechtigkeit reden. Und last but not least ist es ja so, dass vier, wie war das, vier Prozent, jede vierte Frau wird Opfer von Klimawandel ist Schwachsinn. Wie war das nochmal? Genau, Frauen werden viermal häufiger Opfer von Ereignissen des Klimawandels, das heißt von Überschwemmungen, von Dürrekatastrophen und so, weil sie halt häufig in Bereichen halt tätig sind, die besonders vulnerabel dafür sind. Das ist dann in der Dorfgemeinschaft oder wo auch immer dann nicht oder Stadt nicht ein böser Wille, sondern hat einfach etwas mit diesen Strukturen zu tun. Und deswegen müssen wir uns schon auch mit patriarchalen Strukturen auseinandersetzen und müssen das integrieren in unsere Politik. Ich glaube, und ich bin sehr froh darüber, dass es fester Bestandteil unserer Politik ist. Wir könnten das in der Kultur, in unserer politischen Parteikultur noch stärker leben aus meiner Sicht. Aber ich bin schon ganz froh, dass wir in der Debatte beispielsweise um den Frauentag, gerade der am Montag ja stattfindet, die AfD- und auch CDU-Abgeordnete mal wieder zu Weißblut getrieben haben, indem wir genau das deutlich gemacht haben, dass es eben eine Kernfrage unserer Gesellschaft auch ist. Danke dir. Gerade hast du noch eine Nachfrage? Nochmal ganz kurz, also reicht auch eine kurze Antwort. Und es ist eine offene Diskussion, also diese historischen Hintergründe und dass das die vielleicht sogar entscheidende Richtung ist. Oder ist das eher eine beiläufige Frage, weil es eben ganz offensichtlich Teil des Problems ist, die Ungleichbeteilung in verschiedenen Bereichen. Da kommen wir nochmal zu der Frage der perfekten Partei oder nicht der perfekten Partei zurück. Also genauso wie ihr das in euren Strukturen reflektiert, müssen wir das in unseren reflektieren. Und es gibt Auseinandersetzungen da drum. Also es gibt die Diskussion, die habt ihr auch schon mal verfolgt wahrscheinlich, um die Frage der Identitätspolitik versus soziale Frage. Und dann gibt es Leute, die erzählen, was davon, dass dieses mit Gleichberechtigung ist ja nur eine Identitätsfrage oder es mit Antirassismus ist ja nur eine Identitätsfrage. Die beiden harten Fragen sind die sozialen Fragen. Ich finde das eine verheerende Fragestellung aus zwei Gründen. Erstens, wir spalten damit unsere Themen als Linke. Wir spalten unsere Anhängerinnen und wir spalten unsere Wählerinnen und Wählerinnen. Das sind die guten Wähler und guten Anhänger. Das sind die guten Themen, das sind die bösen Themen sozusagen. Das ist das eine. Aber inhaltlich muss man erstens sagen, der Begriff Identitätspolitik ist ursprünglich ein Begriff der politischen Rechten aus dem englischsprachigen Raum gewesen, wo sie gerade versucht haben, diese Themen, die ich eben genannt habe, zu diffamieren. Genauso zu diffamieren und zu sagen, das ist aber nichts für Arbeiterinnen sozusagen. Das ist Blödsinn. Sondern genauso ziehen sich Fragen von Rassismus, von Patriarchat, ziehen sich genauso durch die Arbeiterinschaft. Das sind Konflikte, die ganz eng und untrennbar damit verbunden sind. Und wenn nicht die Frage, die Arbeiterinnenbewegung insgesamt Identitätsprojekt ist und Identitätspolitik ist, was denn dann? Es ging immer bei der Frage der Arbeiterinnenbewegung und der Entstehung, ging es immer auch um die Frage von Identität als Lohnabhängige. Also es ging darum zu entwickeln, zu sehen, das sind Leute, die werden ausgebeutet in diesem Prozess der Industrialisierung. Und wir müssen dazu kommen, dass sie ein Selbstbewusstsein haben, ihre Interessen selbst wahrnehmen und sich so begreifen. Deswegen gab es Arbeiter, Bildungsvereine und so weiter und so fort. Deswegen ist das ursprüngliche Identitätsprojekt, die ursprüngliche Identitätspolitik ist die Arbeiterinnenbewegung, die auch immer ein Stück weit immer mit der Frage des Feminismus mit Verknüpfer. Heute auch der Geburtstag von Rosa Luxemburg beispielsweise. Da kann man ja auch kurz dran erinnern. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass eine Linke nur erfolgreich sein wird, wenn sie diese Trennung nicht macht, sondern wenn sie genau das zusammendenkt, Feminismus, Antirassismus, Antifaschismus, Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Das sind alles gemeinsame Kämpfe, die Kämpfe von Migranten in unserer Gesellschaft. Ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile eine Organisation in der Linken haben, die heißt Linkskanax. Und die macht sich da ganz klar auch stark, auch innerhalb der Linken, für die Sichtbarkeit eben auch von Migranten. Wir müssen diese Kämpfe verbinden miteinander. Nur dann werden wir halt eine Chance haben. Und wir werden scheitern, nicht nur als Linke, sondern insgesamt als progressive und soziale und Klimabewegung, wenn wir uns an diesen Fragen trennen lassen. Nur gemeinsam werden wir das schaffen mit einer solidarischen Gesellschaft. Okay. Danke. Ist für dich beantwortet? Super. Dann gebe ich weiter an Colin. Du hast auf jeden Fall jetzt nochmal ein neues Themenfeld. Ich würde dich bitten, wenn es für dich okay ist, die Frage nochmal selbst zu artikulieren. Ansonsten kann ich es auch vorlesen. Ja, danke erstmal für den Abend hier und für die tolle Runde. Ich wollte nochmal ein anderes Feld aufmachen. Und für mich steht das wirklich so mehr unter dem Kontext Learning, auch von jemandem, der anders natürlich auf Extinction Rebellion blickt, als die Leute, die selbst quasi immer sich da drin befinden. Und zwar ging es mir da ganz konkret eben um diesen Bereich, dass wir selbst immer wieder erleben, während wir auf Streik sind, wo wir uns solidarisieren, also wo wir irgendwie gemeinsame Kämpfe führen, dass natürlich auch da von kleineren Gruppierungen, die mit dabei sind, eben Forderungen mit verbunden werden, also freiheitliche demokratische Forderungen, wo dann teilweise Themen eingebracht werden oder Personen in den Vordergrund gestellt werden, die eben eigentlich das nicht so sehr vertreten oder wo der Übergang sehr schwierig ist und wo ich finde, wo man auch in Fallen tritt. Und ich habe das jetzt einfach mal an dem Beispiel Rojava festgemacht, also wo quasi für ein demokratisches Rojava geworben wurde, was ja jetzt grundsätzlich erstmal unproblematisch ist, aber da natürlich dann das Free-Urger-Land nochmal eine ganz andere Sprengkraft mit sich bringt. Und so gibt es natürlich auch andere, immer wieder Situationen, wo Leute verherrlicht werden, die per se schon, wo man in Frage stellen kann, okay, sind das Menschen, die demokratisch orientiert sind? Und da wäre eigentlich meine Frage mehr so eine Learning-Frage. Wie geht ihr in der Linken oder wie würdest du auch sagen, kann man damit gut umgehen? Nicht im Sinne von das jetzt, wir gehen dagegen, sondern wie gehen wir generell mit so einer Dynamik um und wo können wir da ansetzen, um eben quasi antidemokratischen Image und auch antidemokratischen, praktischen irgendwie, ja, Einfluss entgegenzuwirken. Ich glaube, dass das, vielleicht fange ich mit Russland an, vielleicht fange ich einfach mit Russland an. Ich weiß, dass es in der Linken, gerade im Osten, eine klare Position der Solidarität mit Russland gibt, die noch ein Stück weit aus dem Kalten Krieg auch überliefert ist, wo man auch wusste natürlich, dass es die Blockkonfrontation gab und dass es die Auseinandersetzung damit gab und das sozusagen ganz wichtig war für dieses Gleichgewicht. Ich teile das nicht alles in den Analysen, aber ich kann mir das historisch sozusagen herleiten. Das ist eine übernommene, überkommene Auseinandersetzung um die Frage von Russland innerhalb der Linken. Aber Russland ist noch mal ein anderer Staat mit Putin, der nur Oligarchie zum Stück weit ist, der soziale Rechte und Freiheitsrechte abbaut, auch Rechte von Homosexuellen einschränkt, Meinungsfreiheit einschränkt. Und ich weiß, welche Fehler die NATO gemacht hat. Ich weiß, welche Fehler der Westen gemacht hat. Also es gab noch 1989, gab es die Chance zu einer Friedensdividende, zu einer friedlicheren Gesellschaft und die ist ganz bewusst auch von der NATO und vom Westen verspielt worden. Auch solche Angebote zum Beispiel von Russland in die NATO aufgenommen zu werden, sind ausgeschlagen worden. Und Russland ist ein Stück weit mit Basen eingekreist worden. Das heißt, es ist nie einseitig, so eine Sicht. Aber trotzdem braucht man ein realistisches Bild bei uns in der Linken auch auf Russland. Und diese Diskussion, die Debatte wird geführt. Ich finde sie gut, dass hier geführt wird. Das ist nicht eine einseitige Frage. Aber die muss man immer offen führen. Also deswegen am Beispiel von Rojava würde ich sagen, ihr habt einen gemeinsamen Content, Quatsch, Konsens. Ihr verändert den auch als Extinction Rebellion. Ihr sagt, was für euch geht und was für euch nicht geht. Und zieht das in die Diskussion ein. Also ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass es richtig und notwendig ist, Solidarität mit diesem Prozess, das Projekt Rojava mit der Gleichberechtigung von Frauen, der sozialen Gleichberechtigung und dem Versuch, eine Demokratie zu etablieren, dass diese Solidarität absolut und ganz grundsätzlich notwendig ist. Und trotzdem teile ich viele Punkte eben dann nicht. Also auch Methoden, die die Öcalan und die PKK angewandt haben, die eben dann auch autoritär waren. Da kann ich trennen und differenzieren. Und genauso wie wir diese Auseinandersetzung in unseren Strukturen führen, finde ich das auch ganz, ganz wichtig, dass ihr die genauso führt und sagt, was geht mit euch, was geht eben auch nicht mit euch. Dann kann man Solidarität mit Rojava ganz grundsätzlich mit aufnehmen als einen Punkt und kann gleichzeitig sagen, dass man aber die andere Parole zu Öcalan ein Stück weit kritisch sieht oder dass man die PKK ein Stück weit kritisch sieht. Das kann man als Organisation machen. Und in anderen Fragen genauso. Ihr müsst da eure Identität, das werden wir wieder bei der Frage, finden für eure Projekte und sagen, was mit euch zu machen ist und wo ihr den Weg geht. Und dann kann man auch zum Beispiel vor Ort mit Kurdinnen gemeinsam aufzunehmen und zu einer Demo einen gemeinsamen Konsens auffinden. Und das ist so, dass das Zentrale an der Bündnispolitik, und ich mache schon lange Bündnispolitik, dass man anerkennt, dass man Unterschiede hat und dass es aber auch einen gemeinsamen Weg geben kann. Deswegen bin ich überzeugt zum Beispiel beim Antifaschismus, dass es richtig ist, da Bündnisse mit SPD und Grünen zu machen, obwohl ich in anderen Punkten da keine Übereinstimmung habe. Und wenn die CDU uns nicht so feindlich gegenüber stünde, in vielen Punkten leider noch immer, dann würde ich auch für Antifaschismus mit denen auf die Straße gehen, obwohl ich deren Sozialpolitik überhaupt nicht teile. In deren Privatisierungspolitik nicht teile, in deren Klimapolitik nicht teile. Aber an diesem Punkt des Antifaschismus, beispielsweise Thema Mord an Walter Lübcke, bin ich der Auffassung, muss man dann ein Stück weit gemeinsam auch gehen, um unsere Gesellschaft dann auch zu bewahren. Das heißt, Bündnispolitik heißt immer, gemeinsame Punkte definieren und das Trennen zwar ein Bewusstsein haben, aber nicht zum Trennenden zu machen. Das ist eine sehr schwere Aufgabe, aber eine Bewegung wächst ja an solchen Auseinandersetzungen und Aufgaben. Und das ist das ganz Zentrale, denn ihr seid ja auch sowas wie ein Bündnis letztendlich. Ihr seid ja auch Menschen mit unterschiedlichen Traditionen, aus unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Herkünften. und ihr müsst das Kunststück wagen, euch zu streiten über diese unterschiedlichen Herkünfte und Ansätze gleichzeitig und auf der anderen Seite das nicht zum Trennen zu machen, euch nicht daran zu spalten und zu zerlegen, sondern genau das zu akzeptieren, dass es vielleicht 80 Prozent Übereinstimmung bei euch gibt und 20 Prozent Unterschiede, aber dass ihr trotzdem ein Stück weit des Weges gemeinsam geht. Vielen Dank, Gösta. Colin, hast du noch eine Nachfrage? Nee, ich fand das eine sehr spannende Perspektive und auch so konkreter Ausblick nochmal am Ende zusammengefasst. Danke. Ja, ich würde an der Stelle die Fragen jetzt schließen. Wir haben noch ein paar im Chat. Ich hoffe, wir können sie noch ungefähr noch alle abarbeiten. Wir haben ja so gesagt, wir machen heute bis 20 Uhr, haben ein paar Minuten später angefangen, aber ich hoffe, das ist für alle okay, wenn es vielleicht zwei, drei Minuten drüber geht. Genau, ich glaube, ich finde es gerade sehr spannend. Danach habe ich Feierabend. Ja, super. Super. Ja, ich finde es auch gerade sehr spannend. Genau, von wird es von daher ungern abwürgen. Und ich fand dein Statement jetzt auch nochmal schön, Gösta, zu den Übereinstimmungen oder auch nicht Übereinstimmungen und dass das einfach völlig natürlich ist und das ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich, da ich für ihn auch vorher aus dem politischen Kontext kam, wo meine Freundeskreis ziemlich gleiche politische Ansichten hat und das war bei Extinction Rebellion für mich sehr beeindruckend bis heute auch, wie wir es schaffen, diese Menschen unterschiedlicher Positionen, Milieus, Ansichten und so weiter wirklich zu vereinen und dabei tatsächlich auch Großes zu bewirken. Ja, genau. Das war mir nochmal ein Anliegen, das wollte ich gerne nochmal dich dazu ergänzen und fand ich total toll. Jan, du hast dich gemeldet. Möchtest du deine Frage stellen? Ja, Frau Görn, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich gar nicht dazugehört habe, deshalb, falls es konfus ist, hoffe ich, dass es sich irgendwie klärt und probiere es zu Anfang nochmal zusammenfassen. Also, im Endeffekt sind wir irgendwie in der Situation, wo wir durch die Klima- und ökologische Krise irgendwie dazu kommen werden, dass es realistisch ist, dass wir in den nächsten 30 Jahren oder auch 40 Jahren, also auf jeden Fall in meiner Live-Spanne irgendwie einen dritten Weltkrieg oder ähnliche Perspektiven erleben können, also natürlich nicht müssen, aber dass es dazu kommen kann, dass es zu Spannungen führt aufgrund von riesen Migrations- und Fluchtbewegungen, aufgrund von Nahungsmittelklappheit, wenn, welthandel kann zu teils zusammenbrechen, irgendwo, also das sind Sachen, die sind, die müssen nicht geschehen, aber die sind möglich. Und irgendwie, also wir stehen dann ja als XR für einen radikalen Systemwandel und vorhin war schon irgendwie die Frage so, was verstehst du unter Systemwandel und ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie Systemwandel immer dann trotzdem nur als Stellschrauben im System gesehen werden und gar nicht als Systemwandel, sondern es wird so gerne über den Systemwandel geredet. Am Endeffekt, wir müssen ja irgendwie unsere Kultur grundlegend verändern, aufhören irgendwie immer gegeneinander zu denken und besser zu sein wollen als andere, unser Bildungssystem komplett über den Haufen werfen. Wir müssen irgendwie unseren Tagesablauf, im Moment arbeiten Leute im Schnitt irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag mit hin und her fahren und sowas. Wir müssen irgendwie hinkommen, was weiß ich, so eine Aufteilung, vier Stunden Lohnarbeit, vier Stunden Care-Arbeit, vier Stunden politische Arbeit, vier Stunden Freizeit und Kultur, wie immer man das nennen möchte. Es gibt ja so tausend Modelle, aber die Realität ist auch, wir haben irgendwie 60 Prozent der Wahlbevölkerung, die über 50 ist, die in ihren Strukturen aufgewachsen sind, die nicht einfach so ihre Meinung einfach so verändern werden, und sagen, ah ja, okay, jetzt verändern wir das alles und wir ändern jetzt mal unser Leben, was wir lange so gelebt haben, dem es uns relativ gut geht und da hast du vorhin gesagt, glaube ich, dass du immer einen Unterschied zwischen Bewegung und Partei siehst, also dass es auch ganz klar getrennt sein muss und ich bin jetzt irgendwie schon länger bei XR und frage mich halt, wie funktioniert das Ganze und gucke dann irgendwie in die USA, wo Sunrise-Movement ganz anders irgendwie anfängt und irgendwie Leute wie Bernie Sanders oder sowas halt in der Realpolitik dann irgendwo durchpusht oder probiert durchzupuschen. Ich sehe halt nicht, also wir brauchen einen kulturellen Wandel und der geht halt irgendwie nur über Aufklärung und Bildung und das kann nur in so einem Gemeinschaftsprojekt von, was weiß ich, mehrere Millionen Menschen funktionieren und ich sehe im Moment nicht, wie irgendeine Partei, nicht die Linken, nicht die Grünen, dass das verkörpert, also halt irgendwie zu sagen, so hey, wir brauchen diese radikale Veränderung und werden ins Zweifel eine Bewegungspartei und überall hingehen und bei den 60-Jährigen an der Tür klingeln und die anschnacken, hey, warum und aufklären und halt eben diese Diskussion führen und mich würde dann halt irgendwie interessieren im Kontext, siehst du das auch so, dass das keine Partei macht, sollen das Parteien auch gar nicht machen, also weil du ja von dieser Trennung zwischen Bewegung und Partei gesprochen hast, weil ich bin auf jeden Fall mega, mega unzufrieden mit dem, was mir jede Partei im Moment dort anbietet, weil ich halt nicht sehe, dass es funktionieren wird, genau, oder ist das vielleicht gar nicht die Rolle der Parteien, wie du sie siehst? Ich hoffe, dass wir nichts zu verwirren und sonst gerne nachfragen. Also Punkt eins, wenn man unser Wahlprogramm anschaut und das Parteiprogramm, das Grundsatzprogramm der Linken sich anschaut und wenn das alles umgesetzt würde, jede einzelne Maßnahme, dann hätten wir eine vollkommen andere Gesellschaft, dann hätten wir eine solidarische, eine demokratische, eine nachhaltige, gerechte Gesellschaft sozusagen. Das wäre dann der System Change. Zum einen, das ist das Programm. Ich bin auch froh, dass die Linke aus der Opposition heraus eine Menge bewegt hat. Stichwort Mindestlohn. Man könnte noch ein paar andere Punkte da nennen, aber es reicht halt nicht aus. Es sind immer nur Mosaikbausteine sozusagen. Und es ist so, dass die Linke auch sowas ist wie ein Bündnis in gewisser Weise, weil wir aus den unterschiedlichsten Ecken zusammengewürfelt sind, unterschiedlichste Herkünfte haben. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, es gibt die einheitliche Richtung, sondern es gibt unterschiedliche Ansätze auch innerhalb der Linken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich warne vor Illusionen in Parteien. Die sind keine Stellvertreter, die die Problemlöser sind. Die Illusion wird uns immer vorgemacht. Es wird gesagt, du wählst die Partei, die setzt deine Interessen um und dann war es das. Das ist es nicht. Davor warne ich ganz entschieden. Sondern eine Partei kann ein Stück weit Interessenvertretung sein. Eine Partei kann die Stimme derjenigen sein, die sonst nicht gehört werden in einer Gesellschaft. Das ist eine Aufgabe der Linken. Die kann gegen den Stachel löpfen, die kann sozusagen subversiv auch Dinge aufdecken und deutlich machen, wo es in unserer Gesellschaft schiefläuft. Aber sie kann nicht der eine Stellvertreter sein, der alles sozusagen löst. Diese Illusion davor würde ich auf jeden Fall wahren. Es ist immer das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Akteure, was wir da haben. Und last but not least dann zum Thema System Change. Ich bin ja ein Stück weit, orientiere ich mich auch an den Ideen von Karl Marx weiterhin, mich auf dem Studium mit auseinandergesetzt. Ich finde, es ist einer der Bausteine. Also diejenigen, die Karl Marx peterchisieren und sagen, das ist das Einzige, ist es nicht. Aber Marxismus kann ein Baustein sozusagen sein in der sinnvollen, emanzipatorischen, linken Politik. Und da finde ich ganz schön dieses Bild, was er entwirft, dass sozusagen durch die Widersprüche in einer Gesellschaft, das Neue in einer Gesellschaft heranreift, die Keime des Neuen heranreifen und dann irgendwann das von der Qualität der unterschiedlichen Bewegungen, der unterschiedlichen Veränderungen, der unterschiedlichen Kämpfe in eine, nee Quatsch, von der Quantität genau, zur Qualität wird. Das heißt, zu einer anderen Gesellschaft wird. Und deswegen streite ich ja dafür, dass wir zum einen sagen, wir wollen System Change. Wir wollen eine andere Gesellschaft, weil nur so, dass das Thema Gerechtigkeit klappt. Aber wir müssen die Schritte eben im Hier und Jetzt definieren und im Erkämpfen sozusagen. An jeder einzelnen Stelle müssen wir, dürfen wir keinen Kampf sozusagen verloren gehen, geben. Sei es in Klimagerechtigkeit, sei es bei der Frage von Seenotrettung und Migrationspolitik, sei es bei den feministischen Kämpfen, bei den queeren Kämpfen. An keinem Punkt dürfen wir irgendjemanden zurücklassen oder irgendeinen Punkt aufgeben oder irgendeinen Kampf aufgeben, sondern wir müssen diese Kämpfe führen und immer im Bewusstsein haben, es gibt bestimmte Mechanismen, mit denen wollen wir brechen und wir wollen eine grundsätzliche demokratische und solidarische Gesellschaft. Dafür streiten wir, streiten wir gemeinsam. Wir nennen sie vielleicht unterschiedlich, wir haben vielleicht unterschiedliche Ansätze und Konzepte, aber wir wissen, dass wir das letztlich nur gemeinsam schaffen werden als ganz, ganz großer sozialer Aufbruch der unterschiedlichsten Bewegungen, die ich eben auch benannt habe. Ja, Jan, möchtest du noch mal nachfragen oder ist es für dich soweit? Also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, auf jeden Fall. Also ich bin mir da halt, also ich probiere halt für mich noch herauszufinden, wie dann dieser Wandel wirklich funktionieren kann, was die effektive Strategie und was nicht. Und jetzt gerade sind halt gerade Wahlen dieses Jahr, deshalb macht es Sinn, irgendwie in Wahlen zu denken. Nächstes Jahr kann ich mir wieder über andere Sachen Gedanken machen, aber ist halt die Realität. Und würdest du sagen, dass die Linken aus deiner Perspektive da schon genug progressive Bündnispolitik betreiben, um quasi unterschiedlichste soziale Klimasystemchange-Bewegung maximal zu unterstützen mit allen euren Kapazitäten, Ressourcen, was weiß ich, die ihr irgendwie habt, von Wissen, who knows, vielleicht auch Finanzen oder irgendetwas. Aber wenn du sagst, dass die Partei sowieso nicht reicht, also würdest du sagen, dass die Partei, die Linke jetzt nicht, nicht die Partei oder generell Parteien. Also tust du, tut ihr als Linke schon genug, um dann die sozialen Bewegungen dort zu stärken, wo ihr es könnt, um das halt als Basis für diesen Wandel zu haben? Genug ist nie genug, singt Konstantin Becker. Schönes Lied im Übrigen. Wir dürfen uns damit nicht begnügen. Und genug tut die Linke auch keinen Fall, um sozusagen das, was notwendig ist, tatsächlich auch durchzusetzen. Ich meine, da ist noch eine Menge mehr notwendig. Ich glaube, die Linke ist die, die vielleicht am dichtesten dran ist aktuell, aus meiner Sicht an dem, was notwendig ist. Aber sie ist trotzdem noch weit weg von dem, was notwendig ist. Und ich bin aber sehr, sehr, ja, ich bin ein Stück weit euphorisch, auch nach dem letzten Parteitag, was ich da für Menschen erlebt habe, die sich auch haben wählen lassen in diesem Parteivorstand. Menschen, die Organizing sozusagen machen, die also wirklich vor Ort Basisarbeit machen und Menschen organisieren. Beispielsweise Pflegekräfte organisieren in einem Krankenhaus, um gegen diesen Pflegenotstand vorzugehen. Es gibt Menschen, die Mieterinneninitiativen gründen, gegen Zentrifizierung und gegen Entmietung und da in diesen Kämpfen stehen und das verknüpfen. Ich finde diesen Gedanken sehr gut, dass eine Partei auch immer eine Verantwortung hat, Menschen zu organisieren, in Kontakt zu bringen und auch zu den Menschen dann vor Ort hinzugehen, Haustürgespräche und ähnliches. Da haben wir auch ein Stück weit gelernt aus dem, was Bernie Sanders beispielsweise auch gemacht hat. Aber gerade jetzt in dieser Corona-Krise ist das natürlich ein großes Problem. Und ich würde sagen, Die Linke ist nicht perfekt, vielleicht auch far from perfect sozusagen. Aber sie ist die Kraft, die momentan, was gegen den Lobbyismus angeht, was gegen eine Konzernpolitik angeht, was gegen die Klimazerstörung angeht, spannende Chancen hat, spannende Perspektiven hat, einzubringen. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir mittlerweile die jüngste Partei in Deutschland sind, mit dem höchsten Anteil an jungen Mitgliedern. Das ist in den letzten Jahren passiert, dieser Umschwung. Und ich glaube, dass da auch die Perspektive und die Chance drin ist. Also wir müssen alle mitnehmen. Aber ich glaube, es ist belebend, wenn in verkrustete Strukturen, die es auch bei uns gibt, neue belebende Kräfte reinkommen mit neuen spannenden Ansätzen, wie das Organizing, was ich eben beispielsweise erwähnt habe. Und es hilft auf jeden Fall, wenn Menschen, die in der Linken aktiv sind, die dort auch im Parteivorstand aktiv sind, nicht nur das machen, nicht nur ihren kleinen Umkreis sozusagen innerhalb der Partei sehen, sondern auch in anderen sozialen Kämpfen stehen. Und dazu gehört eben auch die Klimabewegung. Deswegen bin ich auch froh, dass wir Menschen auch im Parteivorstand mittlerweile haben, die bei Ende Gelände aktiv sind, die bei Teil war aktiv sind und in anderen Kontexten. Und dass wir sozusagen unsere Verantwortung dann auch wahrnehmen. Und wenn Sachen sind, wie zum Beispiel Aktionen von Extinction Rebellion, wie bei Ende Gelände oder auch im Dannenröder Forst, wo ja auch Janine Wissler sehr aktiv war, da die Proteste im Dannenröder Forst und die Arbeit im Landtag von Hessen miteinander zu verbinden, dass wir zunehmend das verstanden haben und das zunehmend und immer mehr auch machen und diese sozialen Kämpfe, als die ich das verstehe, miteinander verbinden. Und ich glaube, da kann was Cooles draus werden. Es ist noch nicht so cool, wie ich mir das wünsche, aber es birgt die Chancen. Und wenn ihr mich fragt, würde ich sagen, was für die Linke spricht, ist im Ersten, sie hat Konzepte, auch wenn sie an vielen Punkten noch nicht weitreichend sind. Zweitens, sie lässt sich nicht kaufen und bezahlen. Und drittens, es ist tatsächlich die einzige Partei, wo die Garantie ist, dass wir niemals mit der CDU nachher in der Regierung eintreten werden. Da sind wir tatsächlich die Einzigen, die das von sich sagen können. Okay, Jan, ich nehme deine Reaktion so wahr, als ist es für dich okay. Abgeschlossen, super. Wir haben jetzt noch zwei Fragende und danach, wie gesagt, wird man das auch schließen. Friedrich Janin, ich würde dich aufrufen und gerne dazu einladen, deine Frage zu stellen, weil ich glaube fast, es sind auch mehr als eine Frage, die du in deinem Chat gestellt hast. Okay, falls du sprichst, dein Mikro ist noch auf ausgeschaltet, aber vielleicht, du schreibst gerade, okay, ich schaue. Okay, du hast es nicht als Frage artikuliert oder gut, weil bei dem einen hatte ich ein Fragezeichen gesehen, gut, dann können wir das aber auch, schauen wir das nochmal kurz an, ob ich da jetzt eine Frage rauslese, die ich dann trotzdem gerne stellen würde und ansonsten würde ich dann weitergeben. Okay, dann gebe ich weiter an Colin, denn ich sehe nämlich, der Abschluss war gar nicht von dir, Friedrich Janin, sondern das war Colin, der dann mit einem Fragezeichen endet, deswegen dachte ich, deine Texte gehören dazu. Okay, Colin, möchtest du? Tatsächlich bin ich eben gerade rausgeflogen und ich kann, glaube ich, die Frage jetzt nicht mehr so im Detail reproduzieren, willst du sie gerade nochmal vorlesen? Na klar, du hast gefragt, siehst du noch weitere Möglichkeiten als die genannten internen Mechanismen in XR, wie wir mehr von linken Gruppierungen akzeptiert werden? Genau, also nur um den Kontext nochmal zu haben, also wir hatten ja quasi viel Verwürfnisse auch mit der Roger-Hellem-Geschichte und dann gab es halt auch noch viele andere Punkte und die bremsen uns in ganz bestimmten Regionen natürlich enorm und da ist für mich so ein bisschen die Frage, wie, also was sind vielleicht nochmal Ansätze, auch ganz konstruktiv, eben aus der Perspektive der Linken, wie wir da wieder Vertrauen schaffen in diesen kleineren Bewegungen, die lokal agieren, weil ich da eben eine große Hürde aktuell immer noch sehe. Also ganz konkret kann man sagen, bei uns in Frankfurt und Umgebung ist das ja eine große Schwierigkeit. Ja, ich muss auch sehen, dass so ein paar Dinge halt ein bisschen Porzellan insgesamt zerschlagen haben. Gerade das mit Roger-Hellem war halt ein Killer, weil er da auch nochmal dann nachgelegt hat, weil er ja auch nicht einsichtig war und gesagt hat, ey, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe die Situation noch in Deutschland nicht richtig bedacht, ich habe die historische Situation nicht richtig einbezogen in meine Überlegungen und sowas, sondern weil er das nochmal reproduziert, nochmal bestätigt hat und daran fest gehalten hat. Das hat sehr geschadet, weil er eben auch als einer der Gründer sozusagen da von XA gesehen worden ist. Ich glaube, ihr habt ein Stück weit das geheilt, aber du hast recht, es gibt eben diese Skepsis. Ich fand sehr solidarisch, wie er den Ende Gelände da gefunden hatte, weil Ende Gelände ist ja auch, eine ökosozialistische Klimagerechtigkeitsbewegung, die auch Antifaschismus auf ihre Fahnen geschrieben hat und zum Beispiel auch diese Sache mit dem Datenschutz. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es da ging, aber da gab es einen Skandal wegen dem Datenschutz. Irgendwo waren die Daten nur öffentlich, sich oder irgendwie sowas gab. Dann haben sie das solidarisch gemacht und haben euch dafür kritisiert, aber eben sehr solidarisch, konstruktiv fand ich kritisiert, weil sie eben auch eine Perspektive aufgezeigt haben, gesagt haben, wie könnte man das besser machen, was muss man da beachten? Das fand ich sehr toll. Und ich kenne viele, die skeptischer sind, aber mit denen man auch reden kann. Und vor Ort heißt es einfach, ich meine, ihr seid ja nicht Stadtwalter, ihr geht ja nicht als Logo irgendwo hin auf dem Gesicht tätowiert, sondern ihr geht ja als Persönlichkeiten irgendwo hin mit der Verankerung in der Stadt und Ähnlichem. Und mein Tipp wäre ganz einfach, sucht das Gespräch vor Ort, geht offen in die Diskussion rein, diskutiert auch ganz offen Schwachpunkte und stellt euch den Debatten, so wie wir heute auch darüber diskutiert haben. Ich meine, ich habe offen über die Linke geredet, ihr habt über XR sozusagen geredet, um Schwächen und auch positive Punkte. Und ich glaube, das ist dann auch die Stärke. Und ich glaube, das ist die Stärke von XR, dass ihr kritikfähig seid und dass ihr als Menschen auch den Willen habt, euch weiterzuentwickeln und zu verändern. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um sowas zu schaffen. Aber wie man das konkret in den einzelnen Städten umsetzt oder so, da muss man sich die Situation selbst vor Ort angucken, mit wem man reden kann. Ich weiß, dass unsere Strukturen da offen sind für einen Austausch, für Diskussionen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Organisationen, auch bei Gewerkschaften genauso ist. Aber da muss man halt daran appellieren, dass man halt diese Hürde überspringt und wirklich auch persönlich ins Gespräch kommt. Alles klar, danke. Nee, passt. Ich finde diese Frage auch immer wieder sehr spannend. Es ist mir auch ganz viel schon begegnet. Also ich lebe hier in Weimar und hier zum Beispiel nehme ich es auch gemischt war. Es gab auch gerade dann, als es mit Roger Hellen war, aber auch zu Beginn, also es gab meines Erachtens auch zu Beginn so Berührungsängste. Also es war, wie gesagt, ich komme selber aus einem linken Kontext und es war schon für viele so, was ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt das Extinction Rebellion? Was wollen die denn jetzt? Weil die gar nicht in dieses übliche Raster gepasst haben. Ich sage mal, Fridays for Future war nochmal was anderes, weil das war eine Jugend, fast schon eine Kinderbewegung, muss man ja leider sagen. Also leider, weil es eigentlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft war. Und ich sage mal, da hat man noch ganz anders drauf geschaut. Aber ich habe die ganzen Irritationen hier bemerkt und sowohl in der antifaschistischen Szene, in der linken Szene, als auch in der linken Klimabewegung. Und ich denke, auch ohne dieses untragbare Vorgehen von Roger Hellen gab es so oder so auch schon ein bisschen Berührungsängste, die aber völlig natürlich sind. Nehmen wir aber auch sehr unterschiedliche Dinge wahr. Also wir müssen natürlich, Colin, vielleicht weißt du das auch besser so, aber gerade in Frankfurt auch, wo auch der Einfluss von Ida Dittford vor allem auch präsent ist, die ich übrigens als Person sehr schätze und ihre politische Arbeit sehr schätze und sie eine Person von denen ist oder auch von den Menschen ist, die eine Demokratie auch am Leben halten und die auf die Finger in die Wunde legen und so. Aber wir natürlich da hier auch schon ja zum Teil auch unsolidarische Kritik und unsolidarisches Vorgehen auf jeden Fall auch geerntet haben. Und das schlägt sich dann natürlich nieder. Aber wir sehen zum Beispiel auch in Berlin, wo Extinction Rebellion, Files for Future, Ende Gelände, Antikohlekits, da alle Hand in Hand gehen und gemeinsam Aktionen machen. Wir sehen das in vielen anderen Ortsgruppen. Und gerade der Dani hat das bewiesen mit dem Wald-Stadt-Asphalt-Bündnis, wo eigentlich sich die gesamte Klimagerechtigkeitsbewegung plus dann auch Campact, Robin Hood, der NABU, der BUND, sich da auch daran angekapselt haben und bewiesen haben, dass es halt auch geht. und ich glaube, ich schaue da auch sehr positiv in die Zukunft und habe aber auch gar nicht den Anspruch, dass sich das überall auflösen lässt, sondern ich glaube, solange es alles in einem solidarischen, verträglichen Rahmen ist, kann man sich in manchen Punkten vielleicht sogar auch aus dem Weg gehen oder man muss sich nicht zwingend bei allem einig sein. Ich denke, wichtig ist, dass es solidarisch bleibt und dass wir wissen, worum es geht. Und das Thema hatten wir ja vorhin auch schon mit den Gewerkschaften. Es geht eigentlich uns allen um das Gleiche, um Solidarität und um eine lebenswerte Zukunft. Und das schaffen wir eben nur zusammen. Ja, ich glaube, wir haben dann noch eine letzte Frage von Ulrich. Die war vorhin auch zu einem Themenkomplex, deswegen kann ich es nicht mehr ganz reproduzieren, würde dich aber gern dazu einladen, deine Frage zu stellen. Schön, dich zu sehen, Ulrich. Ja, danke. Ich bin völlig beeindruckt und tolle zwei Stunden. Ich habe so eine einfache Frage, die eigentlich recht technisch und simpel ist, aber wenn man dahinter geht, eigentlich nicht. Und zwar ist es die Frage nach, was erhältst du, Gösta, von Border Adjustment Zöllen, das heißt auf carbonintensive Güter? oder Waren. Noch einen kleinen Anhang, unser Wohlstand in Anführungszeichen beruht ja auch darauf, dass wir den Dreck außen erledigen lassen und dann eben nur zählen, was durch unsere Schornsteine geht. sieht man da mit China, ist eigentlich ein armes Land, wenn man es nimmt, hat aber den weitaus den größten Ausstoß. Und die Sache mit dem Welthandelssystem. Aber nochmal die Frage, wie würde die Linke reagieren, wenn jetzt die Kommission in Brüssel sagt, we do Border Adjustment Tariffs? Ja, ehrlich gesagt, bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das nicht auch Verwerfungen mit sich bringt. Deswegen habe ich ja vorhin auch über die Frage des Technologietransfers auf der einen Seite und des Verbots von des Exports von fossiler Technikinfrastruktur gesprochen. Und ich bin da unsicher, weil das sozusagen so ein bisschen so eine Insel kreiert. Und ich kann das mal am Beispiel des Wasserstoffs deutlich machen. Da gibt es ja momentan massive Diskussionen über Wasserstoffstrategie und dann gibt es gerade in der Union die Illusion, ja, wir nehmen dann den supergrünen Wasserstoff und packen den dann in unsere Heizkraftwerke und verheizen den dann. Und wir packen den in unsere PKWs und verheizen den dann. Aber wer sich damit auseinandergesetzt hat, der weiß, wir haben momentan einen Anteil von, ja richtig, um Gottes Willen, wir haben momentan einen Anteil von ein Prozent ist es, glaube ich, grüner Wasserstoff weltweit. Der Rest ist fossiler Wasserstoff. Fossiler Wasserstoff heißt, der ist aus Erdgas produziert. Und die Europäische Union hat jetzt unter deutscher Federführung ein Papier verabschiedet, wo sie reingeschrieben haben, sie betrachten auch Wasserstoff aus Erdgas, was mit CCS abgeschieden wird, und Wasserstoff aus Atomkraft als nachhaltig und sicher. Das hat Deutschland unterschrieben. Und wenn wir das so machen, dann haben wir die Perspektive und das, ich habe die Bundesregierung danach gefragt und die Bundesregierung hat gesagt, wir können nicht ausschließen, dass wir auch Wasserstoff, der aus Atomkraft produziert wird, importieren werden als Deutschland. Das heißt, das ist wieder, da verlagert du die Problematik wieder. Und wenn man das tatsächlich so, ja genau, so gräußlich ist es, also das muss man genau offenlegen, wie gräußlich das ist. Wir wissen tatsächlich nicht so viele an dieser Stelle. Wenn man dann dazu kommt und sagt, okay, wir wollen eine grüne Wasserstoff und wir wollen das importieren, dann wedelt Deutschland mit dem guten Geld, mit den Euros als einer der reichsten Staaten und wohlhabendsten Staaten der Welt. Und dann kommen die ganzen Länder des globalen Südens und sagen, ey, wir haben Sonne, wir produzieren für euch den grünen Wasserstoff. Und dann haben wir eine Situation, dann haben wir diese Zölle, die uns abschotten, und wir haben dann super duper grünen Wasserstoff, den wir in unsere Heizkraftwerke packen, mit denen wir dann mit unseren super teuren Wasserstoff-BMWs wollte ich schon sagen, Porsches oder was auch immer, durch die Gegend kutschieren. Auch das ist eine soziale Frage, ja, mit was für Dingern man dann durch die Gegend heizt. Die Wasserstoffautos, die Brennstoffzellenautos sind ja super teuer auch. Allein die Dichtigkeit für Wasserstoff, die sie brauchen. Und das heißt, Deutschland und Europa machen den Green Deal für sich. Deutschland und Europa werden klimaneutral, aber sie werden dann lustigerweise klimaneutral, auf Kosten des globalen Südens wieder. Weil im globalen Süden, die produzieren dann den supergrünen Wasserstoff, aber bekommen ihre Energiewende möglicherweise oder ihre Verkehrswende dann nicht auf die Kette. Und das ist die große Gefahr, dass wir da zu einem neuen Kolonialismus, also zu einem Neokolonialismus kommen. Und das ist das, was wir verhindern müssen. Und ich, last but not least, ich habe Herrn Altmaier danach gefragt, zu dieser Frage, und ob uns neuer Kolonialismus droht, denn mit diesem Konzept, auch mit dieser Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. und seine Antwort war daraus, ja, Herr Beutin, meine Ansicht ist, dass wir die heutigen Strukturen und das heutige Energieregime eins zu eins übertragen auf die postfossilie Zeit, dass wir als Deutschland genauso viel Energie importieren, wie wir das heutzutage auch tun. Und wenn wir das tun, dann haben wir die gleichen Ungerechtigkeiten wieder, die gleichen falschen Strukturen wieder, und dann haben wir wieder eine Situation, wo wir die Peripherien des Kapitalismus mit ihrem Wohlstand, ihren Reichtum haben, und der globale Süden produziert von uns, wir lassen die Menschen nicht rein, und die Menschen sterben an den Folgen des Klimawandels. Und das wäre ein Klimaschutz, wie man ihn nicht machen sollte, weil insgesamt haben wir damit keine Klimagerechtigkeit, und damit können wir auch den Klimawandel nicht stoppen. Vielen Dank. Ulrich, ist für dich die Frage beantwortet? Absolut. Mehr als das. Ja, das war ja auch nochmal sehr interessant, jetzt zum Schluss auch nochmal einfach diese Auslegungssache oder auch die Strukturen der aktuellen Regierung auch zu sehen, was man dann als nachhaltige Infrastruktur oder nachhaltige Brennstoffe verkauft und so weiter. Ich höre dich noch, ich muss nur mal ganz kurz gucken, weil ich habe irgendwie so einen Geruch in der Nase, nicht, dass ich den Ofen angelassen habe. Mach das kurz und ich gebe schon mal gleich dann den Ausklang, super. Ja, genau, du kannst einfach weiterreden, ich höre dich, ich sage auch gleich noch eine Minute was. Ja, sehr gerne. Ja, dann, ich sehe im Chat auf jeden Fall keine neuen Fragen. Falls ich eine Frage übersehen habe, dann ist jetzt eure Chance, euch nochmal bemerkbar zu machen und mir zu mir zu zeigen, wo die ist oder wie die lautet. Ansonsten würde ich jetzt Gösta die letzten Worte geben. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ich fand es sehr bereichernd, ich fand es sehr interessant, vor allem auch sehr aufrichtig von beiden Seiten da auch ins Gespräch gekommen zu sein. Genau, ich gehe mit einem guten, guten Gefühl und natürlich aber auch mit einem, mit wieder vielen schlechten Inputs, also vielen schlechten Inhalten hier raus, also die gemischten Gefühle sind nach wie vor vorhanden. Genau, aber ich denke, wir können ja ganz viel mitnehmen und ich bin dankbar auf jeden Fall für den Abend und lade euch auf jeden Fall nächste Woche zum nächsten Talk ein, wieder um 18 bis 20 Uhr mit Cornelia und Volker Quaschning zum Thema Klimakrise, Energierevolution. Sie werden da auch einen kurzen Vortrag halten, werden aber auch am Anfang nochmal Einblick in Ihren gemeinsamen Werdegang geben, der auch sehr interessant ist in Sachen Energierevolution oder den Kampf dafür und übernächste Woche sind wir diesmal etwas früher dran, da haben wir den Sozialphilosophen und Bewegungsforscher Robin Selikates da, da wird der Talk von 14 bis 16 Uhr sein, genau. Und ich gebe die anschließenden, abschließenden Worte gerne dir, Gösta, und würde danach dann auch die Aufnahme beenden. Ja, vielleicht bleiben wir dann nochmal zwei, drei Minuten drin nach dem Beenden der Aufnahme. Ich danke das war eine spannende Diskussion für mich, ich lerne ja auch in jeder Diskussion und ich hoffe auch, ich konnte ein bisschen was über unsere Sichtweisen, auch was Sichtweisen der Linken mitgeben, auch Sichtweisen auf Extinction Rebellion. Ich will einfach nur sagen, also der erste Punkt ist, was es für mich war, für mich war, wie es damals auch beim Blockaden der Nazi-Aufmärsche in Dresden war, waren die Erfahrungen bei Ende Gelände, bei XR und so, sind immer Momente der, ich nenne es Selbstermächtigung, aus der Handlungsunfähigkeit raus zu treten und zu sehen, immer ein Stück weit an Veränderung, ist immer ein Mosaikstein, das ist nicht immer die große Revolution oder mal sowas und der Umschlag, das ist immer ein Mosaik, aber es macht mich hoffnungsvoll und es macht uns glaube ich alle hoffnungsvoll und angesichts der großen Aufgabe, denn die Erhaltung der Lebensgrundlagen der Menschheit ist die zentrale soziale Frage unserer Zeit, angesichts dessen haben wir kein Recht darauf hoffnungslos zu sein, sondern wir müssen den Mut und die Hoffnung haben und wir müssen Visionen haben. Wir dürfen uns von niemandem erzählen lassen, dass wer Visionen hat, zum Arzt gehen soll und dass es keine Alternative zum Bestehen gibt. Es gibt immer eine Alternative in der Gesellschaft, demokratischer, besser und solidarischer zu machen und dafür müssen wir gemeinsam eintreten über unsere unterschiedlichen Traditionen, Herkünfte, unsere unterschiedlichen Anschauungen hinweg, müssen wir diese Gesellschaft verändern, weil wir haben einfach keine andere Chance und keine andere Möglichkeit. Das muss sein. Vielen Dank, Körster, für die abschließenden Worte. Damit lasse ich es auch bestehen und wünsche euch einen schönen Abend.